So, dann lasst uns mal loslegen. Neues Spiel starten. Bin gespannt. Okay, wir sind irgendwo. Ganz ruhig. Ganz entspannt. Genau. Wir schaffen das. Da ist ein Buch. Da ist ein Becher. Der Becher wird uns retten. Doch. You'll be baking for more. Was? Oink, oink. Abbies. Doch, wir schaffen das damit. Warte, hier. Quick, quick. Abbies. Warte. Das macht Lust auf mehr. Wie der innen aussieht. Naja, da war halt mal Kaffee drin. Leicht, gerade eben. Und gut. Ja. Okay. Uah. Stammt. Ich war zu langsam. Ich wollte doch das Buch noch lesen. Mist, Mist, Mist. Jetzt fahr doch mal nach. Blink mal aus, hast du, um zu bestätigen. Doch, schon? Äh. Hat sich hier gerade einfach irgendwas verstanden? Ja, ich kann das machen. Nein, ich kann das nicht. Ich werde das. Geh mir allein. Woah! Komm mal, Riley, du hast das. Was machst du? Du hast die Motorrad. Du hast die Manual. Die Manual? Hast du schon gesehen ein Buch früher? Stopp. Du musst die Motorrad. Stopp. Dann werden wir beide getötet. Ich bin schon tot. Komm schon. Tolle Idee. Wie, wie, und das mache ich wie? Ah, da. Äh, danke. Thank you. But I don't feel fine. You have to stop this. Stopp what? Talking. You have to stop talking. Understand. It's fine. Thank you. Be-bewegen. Oh, darf ich mir jetzt, äh... Tying up boats. Ich würde mir jetzt gern die Anleitung mal durchlesen, wie man das macht. Hinten, Greta. Hallöchen. Hinten, Greta. Moin Monster Crafter. Hm, 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 hm. Moin Maras. Hallöchen. Das sieht nicht wie ein Schiff aus, mit dem man auf dem offenen Meer, auf das offene Meer sein sollte. Ja, super. Woaaaiiii. Ehh, 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 ehh. I made it. What a mess. The window. I need to see the window. Was für ein Fenster? Welch, 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 welch jetzt? Morgen, Hartfisch. Geht's denn von der Lautstärke her? Oder ist euch, ist euch das zu laut? Ist zu laut? Ist okay? Bisschen laut im Vergleich zu deiner Stimme, etwas zu laut zu deiner Stimme. Bessere so? So besser? Besser? Ja? What Piece? So. Wir haben einen Hund? Oder hatten? Na gut. Das ist schlecht, oder? Ich entscheide mein eigenes Geist. Ich lebe mein Leben. Das war der Plan, nachher. Also, ja. Sei ein Hund. Lass uns unseren Backpacken schauen. Ich habe keine Lust, um zu verabschieden zu sein, ohne Essen oder Wasser. So. Alles klar, wir sind da. Äh. Wo auch immer wir sind. Irgendwo im Nirgendwo. Alles klar, wir haben einen Rucksack. Sehr gut. Wir haben einen Kopfhörer. Hm. Marie's Corned Beef. Lesen. Marie's Corned Beef. Sag los. Okay. Wir haben ein Notizbuch dabei. Wir reden jetzt gut vom Morgen. Ah. Die Benachrichtigung for the win. Ja. Achievement. Kat, verstehe ich nicht. Warum ist das Boot nun wieder okay? Nein, das Boot würde nicht okay sein. Denke ich. Okay. Schön vorsichtig hier runter. Was haben wir denn hier? Oh, Kiste. The beer made it through the storm. I can celebrate later. Sehr gut. Bier. Sonst noch was? Nein? Okay. Das nehmen wir nicht mit. Gott. Wieso nehmen wir das nicht mit? Okay. Wir klettern mal runter. Richtig. Der Sturm ist vorbei. Aber das heißt ja erstmal noch nichts. Ich denke, dass die Scheibe ist immer noch kaputt. Die haben wir ja nicht auf... Ach, schön. Guck. Ja, das wird bestimmt... Beim nächsten Sturm hält das. Da bin ich mir sicher. Ja. Das ist richtig gut repariert und gefixt. Wir haben auch drin offensichtlich ein bisschen aufgeräumt. Sehr schön. Auch das haben wir gut gemacht. Da drin glitzert es. Wir gehen da mal rein. Da. Hello. Ach, jetzt darf ich mir endlich... Das ist natürlich nicht gut. Okay, lesen. Auf der Rückseite. Bootswerft. Rechnung. Verkäufer. Amelia Johansen. Da ist die Telefonnummer. Käufer. Riley Sallow. Das sind wir. Objekt. Schiffstyp. Hausboot. Modell. Northstar. Hausboot 2900. Name. Gloria. Baujahr. 1995. Bauart. ABC 54888B995. Länge. 28,9. 8,76 Meter. Ja, gut. Alles klar. Da haben wir ja jetzt richtig viele Informationen. So, was haben wir hier? Eine Karte. Why are these islands not on here? Ja, ich sehe auch auf den ersten Blick, dass auf der Karte die Insel nicht ist. Weil ich nämlich genau weiß, wo wir sind. They're not father. Hm. Ja. Baro-Mite. Ja. Die Tasse hatten wir uns schon angeguckt, den Becher. Haben wir hier noch? Dö. 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 Bäh. Nimm mal. Also man könnte ja auch mal abwaschen, ne? Doch, Fleisch. This was good thinking, Riley. Food supplies. Why didn't I think to check the damned weatherglass? Sehr gut. Nom, nom. Parkway, guten Morgen. So. Emmys. Schweinefleisch-Jurky. Hm. Auch das packen wir offensichtlich nicht ein, sondern lassen das erstmal einfach nur hier liegen. Das ist generell okay. Wir haben hier einen Bademantel. Ins Bad können wir nicht. Schuhe. Pinwall. Hm. Einwurf. Adynamic Power. Hm. Sehr wahrscheinlich, wo sie hingefahren ist. Von wo? Mit welchem Kurs? Vielleicht, meinst du. Weißt du, ich denke, das ist das dümmste, was du je getan hast. Trotzdem hoffe ich, dass ihr es lebend raus schafft und dass ihr den eisernen Freak nicht absaufen lasst. Passt auf den Kerl auf. Er wird mir fehlen. Lane. Yippie. Ähm. Oh, okay. Oh. Oh. Abrila Seidel, guten Morgen. Dynamic Power. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zwangsverplauschen. Vielen lieben Dank dafür. Zehn wundervolle neue Frischlauschrauben dürfen wir es sich dank, die an ihren gesponserten Gummizellen gemütlich machen. Führe sie durch die Gemeinschaftsräume und rüste sie mit nassen Handtüchern zur Verteidigung aus. Herzlichen Dank. Danke schön. Warte mal, ist jetzt der Hund hier oder ist der nicht hier? Eher nicht, oder? Also ich mein Hundekorb. Ah. Ja gut, das muss ich jetzt nicht lesen. Das kann ich lesen. Oh. I. Tagebuch. Oh, das habe ich richtig gemacht. Zurück auf Anfang. Nur ich und Marshall. Ja, aber der ist doch gar nicht... Warte, lesen. Ah, ah, ah. Schön. Gut. Aber er ist doch nicht hier. Wo, wo, also... Hä? Moment. Irritiert. Stop the slaughter. Don't believe the human lie. Animals don't want to die. Ja, höchstwahrscheinlich. Bring mich zum Strand. Ich will mehr sehen. Setze meine Säge, um sie in der warmen Brise wehen zu lassen. Bring mich nach Hause, jenseits des Horizonts. Oh. Okay. Irgendwie kommen wir aus einer Fleischereifamilie? Oder warum haben wir... Das verstehe ich noch nicht so ganz. Aber gut. Wo Wuff... Ja, das verstehe ich auch noch nicht. Wo Wuff ist. Wuff ist definitiv nicht hier. Auch wenn das Tagebuch das eben... Also der Tagebucheintrag das irgendwie vermuten lässt. Aber Wuff ist nicht hier. Na gut. Das Boot hat mir durchsucht. Ich mache das. Decide mein eigenes Leben. Und wenn du all das hier schaffst? So beautiful out here. Wish du hier. Sunny greetings from... A far-off place. The Rogue Islands. Du bist noch hier? Um... Ja. Danke für die Nacht. Ich bin... Grateful und all. Aber... Ich bin hier gar nicht so böse zu... Ist vielleicht ein Seehund? Ja, das könnte natürlich sein. Können wir denn hier ins Wasser springen? Nein, können wir nicht. Schade. Ja, meinst du? Einen wunderschönen guten Morgen. Danke für den Recept. Danke für sieben Monate. Du kriegst eine Kaffeemaschine, einen Wasserkocher und einen Sodastream. Erstmal allen. Ja. Fortness. Der war doch. Das Wuff. Was? Du meinst jetzt aber nicht das Kuscheltier-Wuff. Das zählt nicht. Das da... Das zählt nicht. Ja. Hier sehen los. Gute Morgen. Ja, Lafrala schreibt auch. Da auf dem Bett war Wuff. Ist klar. So. Das Wasser können wir nicht. Ich will ja überlegen, ob ich die Kopfbewegung ausmache. Machen mich ein bisschen... Ein bisschen wahnsinnig. Ich glaube, die mache ich aus. Äh... Spiel. Auf Bewegung. Aus. Ruckeln. Der Controller ist eh nicht dran. Okay. Oh, besser. Das ist besser. Definitiv. Äh... Moin Schwarzstich. Aber der sieht da so aus. Na ja. Fand die Ohren und so schon anders. Das Internetwächt. Tja. Onkel Badüms. Eschisum. Wir können nach rechts gehen. Oder hier lang. Ich würde erst mal hier so weiter... Hier so am Rand lang latschen. Vielleicht. Den Hafen erkunden. Oh, ist hier niemand mehr. Was? Hier gern wohnen? Moin, Atlas. Moin, Thomas. Wie ist das heute? Da drüben? Ja. Hier komme ich nicht durch, weil ich nicht schwimmen kann, offensichtlich. Bzw. schwimmen müsste ich nicht. Ich müsste nur durchlaufen, aber das geht nicht. Gut. Von dem Hafen ist definitiv nicht mehr viel übrig. Hier ist alles irgendwie... kaputt und verlassen. Bis auf die Stimme in unserem Kopf. Okay, der Bärenkopf. Hey, Bioser-Gurke. Hey, Senderstädter. Ich komme da gar nicht rüber. Wie komme ich denn? Okay, wir müssen offensichtlich... Eventuell müssen wir außenrum irgendwie dahin. Vielleicht. Sie ist schiefsprüchig. Ja, ja, genau. Und wir haben eine Stimme in unserem Kopf. Ich verstehe. Kann ich jetzt sprechen? Vielleicht. Wunderful. Da ist so viel ich will, was ich zu fragen. So viel ich noch nicht weiß. Oder ich habe vergessen. Ich habe gesagt, vielleicht. Ich habe nicht geholfen. Es ist schon sehr lange, seit ich zu sprechen. Ich habe nicht geholfen, wenn ich mich nicht verletze, wenn ich nicht verletze, wenn ich mich nicht verletze. Bitte, einfach mit mir. Das ist es. Ich blockiere dich. Du bist Spam. 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 Äh. Äh. Ja, nice, Onkel. Das ist doch schön. Sehr gut. Er ist klar. Er ist Spam. Furchtbar. Ich mag den Stil. Der ist echt... Der ist... Der ist so ein bisschen wie so ein Ölgemälde, ne? So leicht. Ich hatte damals schon beim Spielen der Demo. Da fand ich den schon toll. Oh. Rosenhügel. Schön. Hübsch. Sieht es gut? Ja, das ist auch schön gemacht, ne? Wenn ihr hier so durch die Bäume durch. Schön gemacht. Ich bin nicht sicher, was ich mit dem tun kann. Am I imagining you? You can talk now. You're not imagining me. Gut, dann erzähl mir, wer du bist. Vielleicht. Ich würde gerne fragen, wer du bist. Wir sehen ein bisschen die Rosen, meinst du nicht? Der Mond wächst hier offensichtlich. Oh, noch nicht, wo wir hier Rosen finden. Ich sehe noch keine. Auf dem Rosenhügel. Verdummts, Rätsel. Das hat der Bot einfach mal weggenommen. Spam von ghostboysatjenseits.de Soll ich mich nicht anstellen? Ich habe ein paar Stücken im Kopf. Ja, habe ich gelesen. Sünnpfaff, guten Morgen. Nicht runterfallen. Das ist irgendwie... Er erinnert sich an nichts. Natürlich schlecht. Ja, ja. Mobot ist ein Autobot, Räser. Ja, 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 ja. Ein Programm. Ah, haha. Moin, Durchschnittszelt. Hm. Lüchen. So. You never told me your name. Josh. My name is Josh. Hey, Josh. Ich nehme, Opook. Oh. Oh, schön. Gute Brücke. We'll have to go through the house. Just enjoying the view here. We'll go in a minute. Man kann auch einfach mal ein bisschen... Ne, gucken. Morgen, ihr Vater. Ah, nur den Wind, die Wellen, der See, keine Maschinen, keine Flugzeuge, kein Verkehr. Ja. Ja, das ist schon schön, ne? Wildrosenhütte. Aber keine Rosen, oder? Also, ich meine, das sind doch diese... Aber das Haus ist schön. Okay, die Küche. Einmachgläser. Rosenblütenblätter. Warte. Wildrosenhütte. So fleißig zu sein, wie die Bewohner dieser Hütte, für die langfristige Zukunft geplant zu haben, bin ich sicher, ob mein Dörffleisch mich weit bringen wird. Hm. Will ich den Soundtrack holen? Ja, der ist herrlich, oder? Also, der ist halt echt gut. Lechkiste. Eingelegte Eier, Salzlake, neun bis zehn hartgekochte Eier, eine Tasse weißer Essig, eine Tasse Wasser, zwei Esslöffel Salz, zwei Esslöffel Zucker. Eier kochen und schälen, Eier in ein Einmachglas geben, die Flüssigkeiten erhitzen und Zucker an Salz hinzufügen, weiter erhitzen, bis sich der Zucker auflöst, Salzlake über die Eier gießen und oben ein Viertel Zoll Platz lassen. Weißt du Bescheid? 81 Kohl's Moinsen, Hannüchen. Hm. In einem Kochbuch steht, wie lange man ein Drei-Minuten-Ei kochen muss. Ja, da muss man schon mal drüber reden. Ja. Was haben wir noch? Den Deckel fest verschließen und an einem kühlen Ort aufbewahren. Anmerkung, darauf achten, dass die Eier im Glas genug Platz haben, um sich zu bewegen. Ein paar Tage ruhen lassen. New, Hallöchen. Warte. Ach, hier ist noch mehr. Ah, oh wait, das waren die eingelegten Eier. Oh, 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 oh. Omas Rosinenbrot. Aufpassen. Zwei Tassen Universalmehl, fünf Esslöffel Zucker, aufgeteilt. Eineinhalb Teelöffel Backpulver, ein Teelöffel Salz, dreiviertel Teelöffel Natron, drei Esslöffel Butter, gekühlt in Würfel geschnitten. Eine Tasse Buttermilch, falls keine Buttermilch vorhanden ist, Sauermilch. Zwei Dritteltasse Rosinen. Zubereitung. Mehl, vier Esslöffel Zucker, Backpulver, Salz und Natron in einer großen Schüssel verquirren. Butter hinzufügen, mit den Fingerspitzen einreiben, bis sich etwas grobes Mehl bildet. In der Mitte der Mehlmischung eine Vertiefung machen. Buttermilch hinzugeben. Die trockenen Zutaten nach und nach in die Milch einrühren, bis sie sich vermischt haben. Rosinen untermischen. Den Teig mit bemehlten Händen zu einer Kugelform in die Form geben und leicht flach drücken. Der Teig darf nicht an den Rand der Form kommen. Den Teig mit dem restlichen Esslöffel Zucker bestreuen. Das Brot etwa 40 Minuten backen, bis es braun ist. Das wird ein kleines Brot, eher ein Brötchen. So, warte. Kannst weiter blättern, gibt kein Mehl mehr. So, was haben wir hier noch? Sauerkraut. Ich habe gelernt, es zu mögen. Erstens, Kohl in Stücke schneiden, mit Salz bestreuen. Beitens, den Kohl mit sauberen Händen etwa 10 Minuten lang kneten, bis genügend Flüssigkeit vorhanden ist. Drittens, den Kohl in ein Einmachglas füllen. Dabei, den Kohl unter die Flüssigkeit drücken. Falls erforderlich, etwas Wasser hinzufügen, um den Kohl vollständig zu bedecken. Viertens, das Gefäß mit einem dichten Deckel verschließen. Fünftens, mindestens zwei Wochen stehen lassen, bis der gewünschte Geschmack und die gewünschte Konsistenz erreicht sind. Sechstens, sobald das Sauerkraut fertig ist, das Glas fest verschließen und in den Keller stellen. Mit der Zeit wird es immer besser. Universalmehl, was für eine unsinnige Bezeichnung. Universalmehl, Mox. So, das war's. Jetzt sind wir wieder bei den eingelegten Eiern. Oh, warte. Meine Mutter hat auch Hussienbrot gebacken. Ich rieche noch immer das frische Brot aus dem Ofen. Konnte es nie abwarten und habe immer ein Stück abgeschnitten, obwohl es noch zu heiß war. Herrlich. Einmal ein Messer. Können wir das nicht mitnehmen, falls wir uns verteidigen müssen? Ein Kalender. No more Ferrys after 1980. 19, 8. Die hellversten Fährlinie. September bis März. Abfahrt von den Rogue Islands. Montag und Donnerstag, 13 Uhr. Abfahrt Lundburg. Montag, Donnerstag, 16 Uhr. Nicht im Betrieb. Dienstag, Mittwoch oder Freitag. April bis August. Abfahrt von den Rogue Islands. Montag bis Freitag, 8 Uhr. Abfahrt Lundburg. Offensichtlich gar nicht. Nicht im Betrieb. Samstag und Sonntag. An Neujahr, Ostern, Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag nicht im Betrieb. Die hellversten Fährlinie wird am Montag, den 29. September 1980, die letzte Fahrt von den Rogue Islands nach Lundburg durchführen. Aber wenn das schon so kam, dann war doch das Verlassen der Insel schon irgendwie geplant, oder? Also wenn das selbst auf einem Fährkalender gedruckt ist, Fährlinienkalender. Er hat das für morgen auch eingelegt, sehr gut gefällt. Rot, frisch aus dem Ofen, noch warm, schöne dicke Scheibe. Und sag's noch mal, deine Kokonbrötchen werden zukünftig alle mit Universalmehl. Mehl. Moini, Slotar. Okay, warte. Weg gehen und wissen, dass man nie mehr zurückkommen kann. Die Entscheidung, die man getroffen hat, nie wieder rückgängig machen zu können. Vielleicht hat er wieder eine Brücke gebaut und niemand hat die Fähre noch genutzt. Also ich hab jetzt spontan noch keine Brücke gesehen, die hier übers Meer führt. Aber, wer weiß. Warum hat diese Margot nie eine Liede öffnet? Vielleicht wusste sie nie, dass sie hier war. 22. September 1980. Meine liebe Margot. Ich schreibe nie Briefe. Ich habe dieses Briefpapier gekauft, als ich auf die Inseln gezogen bin, in der festen Absicht, meinen weit weg lebenden Freunden zu schreiben. Dies ist das erste Blatt, das ich je benutzt habe. Mein Leben spielte sich hier ab. Kein Brief würde daran etwas ändern. Das waren Bilder, für die ich ein Talent hatte, nicht Worte. Die Emotionen in den Augen meiner Protagonisten. Wie könnte ich das mit einem Satz einfangen? Manche Dinge müssen jedoch in Worten erzählt werden. Und da du mir nicht erlaubst, die Worte zu sprechen, werde ich mich zusammenreißen und sie schreiben. Ich muss gehen. Ich liebe dich, wie eine Mutter ihre Tochter liebt. Das war der wahre Segen. In den ersten Tagen wolltest du mich nicht an dich heranlassen, also musste ich warten. Das hat sich gelohnt. Aber Margot, meine Süße, ich mache mir Sorgen. Du kannst nicht so weitermachen wie bisher. Bitte, komm zu mir auf das Festland. Nächste Woche, am 29. September, fährt eine letzte Fähre. Komm zu mir. Lass mich dir helfen. Die Inseln werden warten. Sie sind immer hier. Falls du die letzte Fähre nicht nimmst, hinterlasse ich dir all mein Essen, all meine Rezepte. Ich weiß, du liebst das Rosinenbrot. Und all das Wissen, um auf den Rogue Islands zu überleben. Du kannst dieses Leben schön machen. Du bist jung und lebendig. Selbst meine Fotos können deinen echten Geist nicht einfangen. Ich hoffe, du kannst diese Dämonen besiegen und dein Leben so vollständig leben, wie ich es getan habe. Ich möchte, dass du nichts bedauerst. Du wirst mir fehlen. Carrie Okay, also eine ältere Dame hat sich hier offensichtlich um eine neu ankommende junge Frau gekümmert. Und die ältere Dame musste dann aber aufs Festland vermutlich aus. Also so wie es scheint, ja aus gesundheitlichen Gründen. Aber ja, wenn eine junge Frau auf so eine Insel kommt, die Gott sonst wo ab vom Schuss ist, dann... Das ist entweder ein sehr einsamkeitsliebender Mensch. Oder es gibt irgendwelche Probleme. Was er hier offensichtlich zutrifft. Geh lieb ja, Hallöchen. Bargum. Wir können nicht immer die haben, die wir lieben. Wie gerne würde ich so vermisst werden. Wenn Internet da ist. Super. Nun. Oh. Do you think it's them that live here? Maybe. Nein, nicht nur vielleicht. Mit Sicherheit. Bin hier für immer. Oh, das ist bestimmt Carrie. Und vermutlich ihr Mann. Nachvollziehbar. Ich meine, Menschen. Menschen. Thomas, ich glaube nicht, dass das zwangsläufig so ist. Dass der Mann Dacke ist. Ich bin hier. Immer. Ist er das auf diesen Bilderrahmen geschrieben? Oder war er derjenige, der das Versprechen gab? Immer. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit. Gilt hier, glaube ich. Gerade. In dem Satz. Wollen wir dann auch noch Menschenrechte? Was? Nein. Glaube ich nicht. Schön hier, ne? Schön. Aha. Oh. Carrie hat Fotos gemacht. Stand ja da. Ob das Margo ist? Beliebte. Die Frage. Sie sieht so verloren aus. Wollte sie gerettet werden? Der Boy. Der Junge. Warte. Wer ist der Junge? Das ist eine gute Frage. Das ist der links auf dem Bild gewesen, ne? Gibt ja offensichtlich noch einen zweiten. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Entschuldigung. Unseltsam, die Überreste einer Dunkelkammer zu sehen. Als würde man ein Negativ betrachten. Was bleibt, wenn das Bild beseitigt? Schön. Wirklich. Wirklich, wirklich schön. Wirklich, wirklich schön. Und... Und... Ach, ich dachte noch ein Einmachglas. Aber ist die Audiokassette... Ach, eben ein Glas. Ist eine Kassette. Wieso ist im Glas eine Kassette? Ist das eine Kassette tape? No way. A what? Oh, ich will das hören. Oh, hallo. Testing. One, two. Well, hello to myself, I guess. Or dear diary. Or however you're supposed to begin these things. Just if I don't talk to someone, I'll go insane. Even if it's only myself. I guess I'll start at the beginning. The rogues seemed like a good idea. A bunch of us were looking for a place to hang out. Make music and just, you know, be groovy together. And it was cool. So totally chill. But then the nightmare began. And I don't know if it was the drugs or me going crazy. But when the others left, it got worse. I'm glad she was here, Carrie. Or I would have lost it completely. Okay, this is also Margot, die das aufgenommen hat. I miss her. I was so rotten to her. I just didn't want her to leave, you know. I understood she had to. I mean, she was sick. And I couldn't take care of her. She knew that. So she left me food. Recipes. Not that I'll ever cook. She remained behind. Was she here all by herself? Must have been. Hey. Moin Kuschelcat. Kommen jetzt die Geister und Raupel, muss ich mit abwehren? Was? Sollen die Zombies um die Ecke? So sehen Häuser immer in Zombiespielen aus. Ich glaube nicht. Okay, Margot ging es eindeutig nicht gut. Und dann war sie hier auch noch alleine. Das ist natürlich eher unvorteilhaft, glaube ich. So, what do you think about the cabin? I don't know. I need to have an opinion. Hmm. Do you think it was a photographer? You know, that lived in that house? Yeah. Carrie was a photographer. Come again? Carrie. Dude. You said you didn't know her. I forgot, alright. That one girl in a photograph. Who was she? Maybe she's Margot. You know? From the letter? Maybe. Er klang ein bisschen aggressiv, oder? Als er gesagt hat, er hatte es vergessen und jetzt erinnert es sich wieder und so. Das war ein bisschen... Klang ein bisschen wütend. Oh, wie hübsch. Was ist das? Das ist ein Futtertrog, oder? Also hier so... So ist nicht normalerweise in... einem Wald? Oder? Oder irre ich mich? Was soll denn das sonst sein? Ich meine, so im Setzen ist es eindeutig nicht... Unser Char klang auch vorwärtsvoll. Ja, das ist tatsächlich was, was ich ein bisschen schwierig finde. Ich kann nicht einschätzen, was die... Also welches die... Bei dem Spiel geht es ja wirklich darum, welche Gesprächsoptionen du nimmst, sozusagen. Und das beeinflusst das Spiel auch. Ja, das weiß ich, dass das so ist. Also das steht in der Beschreibung vom Spiel. Und ich kann aber bei den Optionen nie einschätzen, wie sie das sagen wird und was genau. Das ist ein bisschen schwierig. Futtertröge werden zum Teil auch für Ziegen und Schafe hergenommen. Hm. Das stimmt. Um Blumentöpfe dort zu platzieren? Keine Ahnung. Futter, Raufe. Ja, im Wald für Wildtiere. Gibt es aber auch für Haustiere. Ah. Ah. Alles klar. Okay. Das heißt, hier gab es auch mal Tiere. Waffe oder Ziegen oder so vielleicht. Ah. Auf der anderen Seite. Sehr schön. Ach, ist das schön. Ah. Nicht kaputt gehen, Brücke. Nee, nicht kaputt gehen. Okay. Es ist gar nicht laut hier. Zum Glück. Hm. Entschuldigung, wenn du bist. Hm. Ich will nicht reden. Ich hätte lieber Stille. Hm. Ich hätte lieber Stille. Das wäre schwer. Ich mag keine Menschen nehmen sollen. Hey, Hagi. Entschuldigung, Anubis. Entschuldigung, bitte. Ich bin wieder leiser. Bis zum nächsten Wasserfall. Freund Mira. Ich mag Josh. Vermute, wir können nicht hier irgendwie runterspringen, oder? Nee. Okay. Das wissen wir noch nicht, 81 Calls. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht ist Josh einer der Jungen auf den Bildern. Skizze anfertigen. Uh. Schick. Könnte man den theoretisch und so? Das glaube ich nicht. Kann ich speichern? Kann ich speichern? Ich denke nicht. Also es blockt. Ich fühle mich strangely an Ease. Ist das eine weirte Sache, zu sagen? Nein. Nicht überhaupt. Ich mag es hier auch. Was ist das Ort? Die Rogue Islands. Sind wir da schon? I've gone rogue, haven't I? You might. Just the place for me. Hm. Susa hat das jetzt aus, bis Raube kam und alles lootete. Ja. Ich werde jetzt anfangen, hier Bäume zu fällen. Mit der Handkante. Schade, geht nicht. Geht leider nicht. Glaube ich richtig? Ja, ne? Vermute. Josh. Josh. Yes? Oh, no, sorry. I was just saying your name. Out loud. Why? To see if I sound like a crazy person. Hm. You don't think I'm crazy? Do you? Of course I don't. Oh, okay. Good. Das ist gut. Wenn die Stimme in deinem Kopf, äh, ne, dir bestätigt, dass du nicht verrückt bist, ja, dann ist alles gut. Ja? Dann brauchst du keine Sorgen weitermachen. Ja? Einfach die Stimme im Kopf fragen. Puh, zum Glück. Puh. Nicht Minecraft, denkst du? Hm. Sounds about right. Ah, Bäumefell mit dem Bruce Lee-Gedächtnis-Handkantenschlag. Ja. Ja. Äh. Auch hübsch. So einen kleinen Tümpel. Die Stimmen in meinem Kopf sind okay. Die um mich rum verwirren mich. Hesengoku. Hm. Ah. Ja, knarzt. Na, hartz. Nönen von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich sei normal. Die zehnte Stimme ist um die Täter. Das ist für die. Ja. Baut einmal, bis die sich einläschen. Denkst du, er wäre verrückt. Nein. Vielleicht ein bisschen. Okay. Schön, ne? So, gucken wir mal hier rein. Winziges kleines Hütchen. Uiuiuiuiui. Okay. Notiz. Address to Terrence. Dann ist das, was ist home. 6. Mai 1880. 1880. Lieber Terrence, diese Woche würde ich neben den üblichen 30 Milchkeksen für die Schule gerne einen Überraschungskuchen oder eine Torte bestellen. Die süße Lucy wird diesen Mittwoch elf Jahre alt. Lucy hat in den letzten Wochen sehr gelitten. Ihr Vater und ihre Brüder sind auf das Festland gezogen. Es bricht mir das Herz, so viele Inselbewohner weggehen zu sehen. Wünschte, sie würden erkennen, dass wir diese Inseln wieder zum Leben erwecken können, wenn wir an einem Strang ziehen. Wir brauchen mehr Menschen wie dich, Terrence. Menschen, die die Schönheit und den Zauber dieser Gegend verstehen. Luft deines Brotes bringt allen Hoffnung und Trost. Ich weiß, dass die Zitronen knapp geworden sind, aber Lucy würde gern ein Stück von deinem Kartoffel-Zitronen-Käsekuchen essen. Kartoffel-Zitronen-Käsekuchen? Stand auf den Vorringen nicht immer 1980? Habe ich mich da verguckt? Sie schrieb einen Bericht darüber, wie sie sich vorstellte, wie der Kuchen schmeckte. Ich bin sicher, dass ihre Fantasie nicht mit der Realität mithalten kann. Aber wenn das nicht geht, dann entscheiden wir uns für eine süße Lampastete. Ich weiß, dass diese Törtchen köstlich sind. In ewiger Dankbarkeit, Beatrice. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz Tagebuch checken. Wie hieß der Koch? Terence? Terence. Können wir den... Können wir den Mago-Brief nochmal lesen? War der nicht auch adressiert? Also wie hier mit... ...mit Datum und so. Hilfe-Kassetten. Hm. Weiß nicht. Das ist irritierend. Ich dachte, es wäre 1980. Kamera und die Fotos sind klar für 1980. Stimmt, ja. Vielleicht ist es ja auch einfach nur ein Versehen. Also, ne? Es sollte eigentlich eine Neun dastehen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Obst als Farbtupfer dazugeben. Wackelpudding. Vier Kalbsfüße. Keine Babys. Warte auf die fetten Kühe. Schafe funktionieren gut. Von Sallys Sohn gibt es jede Menge. Ich habe es mit Wildschwein probiert. Funktioniert prima. Wascher fragen. Ein Liter Weißwein. Heidekraut-El-Met ist durchgestrichen. Met. Also kein Heidekraut-El. Sieben frische Zitronen. Sieben frische Zitronen. Zwei Pfund Puderzucker. Nicht anderthalb. Zimt. Keine Muskatblüte. Muskatnuss. Süß und zart. Acht Eier. Herstellung kleiner Geleebonbons für den Sommertanz. Anleitung. Vier Füße für große Portionen. Was? Die Kälberfüße gründlich säubern und die Hufe abnehmen. Dann zu Stücken kochen. Die Flüssigkeit wird durch ein Sieb abgeseilt. Warten, bis sie kalt ist. Und dann das ganze Fett entfernen. Das Gelee wird in eine Pfanne gegeben, wobei der Bodensatz stehen bleibt. Den Weißwein, den Saft der Zitronen, den Puderzucker, etwas zerstoßenen Zimt und Muskatblüte. Sowie die dünn geschnittene Schale der Zitronen dazugeben. Die Eier sehr sauber waschen. Das Eiweiß schaumig schlagen. Die Eierschalen zerkleinern und dazugeben. Eierschalen? Mit dem Gelee verrühren, auf das Feuer stellen, bis das Gelee geschmolzen ist. Bis es auf der einen Seite ganz klar aussieht und sich auf der anderen Seite die Grütze ansammelt. Das Gelee in den Beutel gießen. Zurückschütten, was durchläuft, bis es ganz durchsichtig wird. Dann einen Krug unter den Beutel stellen und einen Deckel darüber legen, um den Staub fernzuhalten. Der Beutel sollte aus Baumwolle oder Lein sein. Die Füße von Schweinen ergeben das blasseste Gelee. Die von Schafen sind Bernsteinfarben, wenn sie zubereitet werden. Ein wunderbares Gelee für Süßspeisen. Ich mache es gerne zu Weihnachten, zu Ehren meiner Mutter. Es ist auch bei den Inselbewohnern sehr beliebt. Also das, äh, das spricht jetzt auch eher für 1880, oder? 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 Die Auskochste ist Gelatine. Ja, 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 ist mir schon klar. Aber so vom, also, auch optisch. Mein weiß ich es nicht. Vielleicht, also, mein... Wo war der? Ich verstehe die Leidenschaft, auch wenn ich sie selbst nie wirklich gespürt habe. Man sieht, dass Kochen die größte Freude in seinem Leben war. Auch Buch scheint ein Erbstück zu sein. Okay, er kennt Pizza nicht. Also er ist, glaube ich, echt alt. Also, oder? Er kennt ja auch Kassetten nicht. Naja, so viele. Wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Viel ist relativ. Was haben wir hier? Warte mal, bis der Kine... Warte mal, bis der Weikin... Boats. Oh, Boats. Ja. Segelboote. Okay. Ein Koch mit einer Leidenschaft für's Zeichnen von Segelbooten. Vermutlich. Oder so. Maybe. Ah. Audio-Kack, bitte. Hula-Baloo. Okay. This is where the baker used to live. Terence, his name was. Well, that's what he tells me, anyway. But I swear I could almost smell the freshly baked bread. Isn't that strange? That I can smell something that isn't there. I think it's weird. I have this mad craving for Terence's Christmas pudding. And I've never had Christmas pudding in my life. Mum loves it. I could never even stand the sight of it. And now... Then again, maybe I'm just really hungry. And sick of eating canned beans. I might have to go into Carrie's house after all. To get some of the food jars. Piccolilly sounds like heaven right now. I can't bring myself yet, though. Maybe when I get really hungry. I want more. I want to know about her. There must be other tips. Okay. Wir lernen also immer mehr über Margot, ja? Hmm. Aber wenn man Kassetten kennt, ist man doch schon uralt. Äh! Also ich hab meinen ersten Walkman schon ziemlich gefeiert. Das war schon cool. Endlich musste ich, wenn wir mit meinen Eltern irgendwo hingefahren sind, weißt du? Im Auto musste ich mir dann nicht deren Musik anhören, sondern hab einfach mein... Was ist das? Meine Tapes abgespielt. Ja, Mann. Ja, und Schallplatten sind die großen schwarzen CDs, die von beiden Seiten abgespielt werden können. Ich bin nicht fast schon 40. Was ist denn? Also. Oh. Ja. Ach, sowas kenn ich auch noch, du. Ich hatte der, also die, 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 auf dem Grundstück meiner besten Freundin damals, also wirklich in Kindertagen, weil, wirklich klein, ja? Äh, meine damalige beste Freundin, die hatten auf dem Grundstück auch so'n, äh, noch so'n, so'n Plumpsklo. Äh, und wir durften immer, weil die, die haben, äh, irgendwann haben die ihr Bad komplett renovieren lassen, richtig auffällig, richtig teuer, also damalige Verhältnisse, richtig, ne? Ja, hier, so. Und wir Kinder durften nie, äh, durften wir in das Bad dort auf das Klo gehen, sondern wir mussten immer, äh, auf das blöde Blumpsklo. Wir hätten jetzt das Bad dreckig machen können, ja? Das tolle neue Bad. Hm. Eoline. Geh, dann wirklich gleich gestern? Hm. 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 Ich habe keinen Kopf, bin auch noch nicht fast 50. Hm. Oh, meine Mann. Ja, das war immer sehr eklig. Ja, also. Also, das Schlimme war eigentlich nicht, nicht mal zwangsläufig natürlich der Geruch, ne? Es ist jetzt auch nicht so lecker und so, aber das Schlimme war eigentlich, dass die das nie wirklich, also, dass die dieses Holz und so, das haben die nie wirklich sauber gemacht. Weswegen da immer, da waren immer Spinnen, überall, in allen Ecken, ja? Waren Spinnweben und Spinnen und so. Och. Oh, ganz schlimm, ganz schlimme Erinnerungen. So. Wo geht's denn jetzt hier weiter? Sag mal. Wir kamen ja von... Äh, von da, ne? Oder? Wo kamen wir denn? Doch, ich glaube. Wir kamen von da. Die Muscheln, wie auch immer der Ofenschieber? Kochbuch? Hm. Oh, hallo. Wir haben noch Zeiten, äh, ähm... Keller wohnt jetzt hier unter euch? Was, Snake? Watt, 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 watt. Du bist ja also Koch... Äh, nein! Oh. Habe ich jetzt richtig, ja? Wir kamen von da vorhin. Warum gingst du weg? Wollt ihr mich fragen? Mochte meinen Job nicht? Wollte etwas ändern? Ich glaube, wir wollten was ändern. My life was a big lie and I wanted to change that. Change it how? Hm. I have no clue. Just did something drastic, irreversible. Burn all my bridges. Why? I told you, they were all lies. Oh. Bei dem, was ich dem, äh, den, den, den Anfängen unseres Tagebuchs entnehme. Ähm, sind wir offensichtlich in der Fleischerfamilie aufgewachsen. Nisch? Und haben aber, äh, dagegen demonstriert. Das ist natürlich, also gegen Fleischverzehr und so. Ja, das, das ist natürlich dann so ein bisschen... Moin, ISP. Nisch. Das waren ja so die ersten, die allerersten Bilder im Tagebuch. Ne, hier. Ich geh mal davon aus, eventuell sind wir das hier. Möglicherweise, ja. Und das beißt sich dann halt. Das, äh, beißt sich irgendwie. Was ist das für ein Geräusch? Bild der Schule. Cordelia. Hm, ich mag nicht diesen Namen. Cordelia Crown Elementary School. Die muss sehr von sich selbst überzeugt gewesen sein. Wieso? Vielleicht wurde es auch nach ihr benannt und nicht sie hat... Also, ich mein, hallo? Was ist denn mit der? Oh, Mann. Big Bad Beer. Oh, Mann. Balls of Ivy. Da ist wieder... Moment. Brief. Ist das ein Latter? In a tin can. Was sagt er? Das weiß ich noch nicht. Hören. Wir hören uns den Brief an. 15th of February 1921. My dear little Elfins. The more I learn about the Crown's family, the more I realize what wolves they were. As I've mentioned, the Crowns owned this island back in its heyday. But there were a haughty bunch and they took much more than they gave. But as I write these words cursing the Crown family, I realize that perhaps I am no better. It's 21 Minuten. True, I never owned an island. But like the Crowns, I didn't value life as I should. I don't think man is made to recover from war. Once he has seen such horrors, how can he pretend they don't exist? I miss you all dearly. And hope to find my way home to you soon. Your father. Something's not right. I can't figure him out. He knew about the Crowns. Wolves. They're not so bad. They are, if you're a sheep. Wenn du ein Schaf bist und sie hungrig sind, dann... Dann... Hallo, Ulitsch. Hyrule, einen wunderschönen guten Tag. Frohe Weihnachten im Voraus. Hyrule, vielen, vielen Dank für den Recept. Dankeschön für 34 Monate im Kong. Danke für den anhaltenden Support. Ähm... Du darfst, glaube ich, mega flauschiges Toilettenpapier produziert aus Altflauschrauben benutzen. Dankeschön. Das ist ja meine Stimme von dem Vater. Die ist super, oder? Die war richtig gut. Ich mochte die sehr gerne. Hey, Pyro. Okay, 1921. Also ich glaube, wir... 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 Erfahren wirklich... Kann es sein, dass wir die komplette Geschichte der Insel während des Spiels... aufdecken. Aufdecken. Erfahren, wie auch immer. Hier ist zu. Wollen wir nicht lang. Und die Crowns, nach denen diese Schule benannt ist, waren also keine gute Familie, ja? Ja, und dann wieder eine Skizze. So stellt sie sich das vor. Oh, Mann. Oh. Erkennt sie also. Skizze. Voll schöne Bilder. Ja. Ah, meine Skizze. Was... Was... Ah. Walking the Rogues. Wandern auf den Rogues. Die Wandergesellschaft. Die Roguinseln. Big Rogue, Little Rogue und Dark Rogue. Ein Leitfaden für Wanderer. Die Roguinseln sind eines der letzten unerforschten Geheimnisse dieser Welt und ein Paradies für Wanderer. Wanderwege durchqueren diese felsigen Inseln und bieten spektakuläre Ausblicke auf den Ozean und die Möglichkeit, einzigartige Pflanzen und Tiere zu entdecken. Hinter den Bäumen lugen die Überreste der einst blühenden Bauerngemeinde hervor. Um diese Inseln zu bereisen, braucht man Erfahrung, Ausdauer und eine gute Karte. Dieser umfassende Reiseführer bietet zwei der drei Punkte. Der Schneid liegt dann bei Ihnen. Gutes Gelingen. Leitfaden, folgen Sie dem Schiffstaub. Okay, der Schneid liegt also bei uns. Alles klar. Da liegt auch noch ein Buch. Buch. Book of the Sea. Patrick O'Connor. Seemannshandbuch. Eine detaillierte Einführung in die Seefahrt und nautisches Wissen, die alles abdeckt, vom Knotenschlagen und Festmachen bis hin zu Karten mit Gezeitenströmen und mathematischen Tabellen für die Sternnavigation. Theorie und Illustration werden mit faszinierenden Geschichten von Seeleuten, die auf hoher See segeln, ergänzt. Dieses Buch wird dem Leser das Handwerk und das Material nahe bringen, das für eine sichere Navigation auf den weiten Gewässern benötigt wird. Ja, das hätte ich vielleicht vorher mal lesen sollen. Ja, nimm's bloß nicht mit. Ich glaube es. Ja, nimm's bloß nicht mit. Äh, Pyro, ich denke es ist ein Erkundungsspiel. Also ich glaube Rätseln werden wir nicht müssen, nein. Aber was halt Fakt ist, also die Art und Weise wie wir mit Josh, also der Stimme in unserem Kopf, umgehen, entscheidet darüber wie sich das Spiel entwickelt. Also links konnten wir nicht lang, da habe ich geguckt, den Brief haben wir gelesen. Oh, okay. Achten Schrank machen wir gleich auf, was haben wir hier? Die Legenden vom Irrlicht Die Geheimnisse der Rogues In den Straßen Londons wird man sein sanftes Licht nie entdecken. Sollten sie jedoch auf ihren Reisen durch das Land auf ein Irrlicht stoßen, haben sie keine Angst. Diese fantastischen Kreaturen sind von Natur aus gutmütig und kapriziös. Zumindest sind sie das, wenn sie bei Tageslicht gesehen werden. Sobald die Sonne untergegangen ist und der Himmel sich verdunkelt hat, ist Vorsicht geboten. Das Irrlicht kann sich teuflischeren Beschäftigungen zuwenden. Man erzählt sich Geschichten von armen Seelen, die auf der Jagd nach dem verführerischen Schein ein böses Ende fanden. Es ist am besten, dem Rat einer älteren Frau zu folgen, mit der ich gesprochen habe. Nähern sie sich einem Irrlicht nur, wenn es einen zartblauen Farbton hat. Man sagt, dass das Irrlicht dann in Frieden ruht und dir keinen Kummer bereiten wird. Die einzige Mode, die eingekreiste Wörter, Teiche und Sümpfe, die Handschrift eines Kindes. Teufelstümpel. Teufelstümpel. Slim, vielen, vielen lieben Dank für den Sub. Herzlich willkommen bei den Flauschrauben. Machst dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Viel Spaß in den Gemeinschaftsräumen und trage stets und das ist Handtuch zur Verteidigung bei dir. Dankeschön. Hey, Akalana. Okay. Irrlichter. Das sind doch auch, äh, Lichter. Aber das ist ein sanftes Blau. Ne? Immer ein sanftes Blau. Und hallo, Slim. Buchstütze. Oh. Sehr gut. Sehr gut. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Eintrachtisch. Beatrice Parker. Hat mistress, I guess. And this must have been her office. Ja. Könnte man denken. Oh, meint. Falls of Ivy. Beatrice Parker war eine Lehrerin. Beatrice. Beatrice. Der Name hat etwas sehr Schönes an sich. Obwohl ich mehr über sie, ob ich wohl mehr über sie rausfinden kann? Oh, Moment. Ah. Irrlicht. Guck. Er hat eine Skizze zu den Irrlichtern angefertigt. Na, ich denke weniger zu dem Eisengitter. Ich denke eher zu dem Aktenschrank. Ich denke eher, der Schlüssel öffnet den Schrank hier. Ne? Da unten. Schlüssel benutzt. Okay. Die Rogues Gazette. Erscheint wöchentlich. Sonntag, 6. August 1820. Die Ankunft der Crowns. Als Peter Crown im vergangenen Winter unsere geliebten Inseln erwarb, dachte er gründlich über das Management seiner Vorgänger nach. Herr Crown erklärte, er wolle die Fehler der Vergangenheit beheben und bessere Zeiten für uns einleuten. Mr. Crown mag sich auf bessere Zeiten berufen haben, aber in Wirklichkeit ging es ihm um bessere Gewinne für die Familie Crown. Nicht ein einziges Mal dachte er an die Inselbewohner, ihre Häuser, ihre Kinder oder ihre Zukunft. Die Hoffnungen, die wir hatten aufkeimen lassen, wurden an unseren felsigen Ufern zerschmettert. Die Mieten blieben zu hoch, die Löhne zu niedrig und die Mägen blieben leer. Mr. Crown verschwand zurück auf das Festland und wir mussten weiter leiden. Aber jetzt, mit der überraschenden Ankunft von Miss Cordelia Crown und ihrer Tochter Nora, haben die Rogues vielleicht endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Frauen der Familie Crown suchten Schutz vor dem heißen Sommer auf dem Festland und fanden Zuflucht am See bei der Lodge. Beide wurden beim Spazierengehen auf der Insel und beim Besuch unserer Einheimischen gesichtet. Beim Besuch unserer Einheimischen. Die Formulierung! Nora hat sich sogar bei der Musiziernacht blicken lassen und wird voraussichtlich beim Sommerball auftreten. Ich möchte uns alle zur Zurückhaltung mahnen, um nicht zu viel zu erwarten. Die Geschichte hat gezeigt, dass sie sich wiederholt. Die Frauen der Familie Crown könnten, wie ihre Vorgängerin, sich auf Kosten der guten Menschen, die diese Inseln bewohnen, bereichern. Sie könnten die Zäune um die Lodge wieder errichten und uns von unserem angestammten Land fernhalten. Aber es ist schwer zu verhindern, dass in unseren Herzen wieder Hoffnung aufkeimt. Und vielleicht wird Nora Crown alles zum Guten wenden. George Blake Sommermusikfest Das zweite Sommermusikfest der Saison wurde am vergangenen Samstag gefeiert. Die Feierlichkeiten begannen mit einer Predigt von Reverend Mr. Chester, die vor zahlreichen Zuhörern gehalten wurde. Anschließend sang der Frauenchor Kirchenliebe Lieder. Mr. Andrews, der geschätzte Organist, begleitete den Chor und spielte mehrere Solostücke. Viele der talentierten Jugendlichen von den Rogue-Inseln unterstützten das Festival ebenfalls mit ihren Stimmen. Nach der Musik gab es ein ausgezeichnetes Abendessen, das von den Damen von St. Mary's zubereitet wurde. Pferde zu verkaufen Frau Evenston bittet um die öffentliche Bekanntgabe, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrem Schwiegersohn Fred Chrisman drei Pferde versteigern wird. Bei den Pferden handelt es sich um schöne Tiere, die der Familie gute Dienste geleistet haben. Die besagte Auktion wird am 10. August um 10 Uhr auf der Evenston Farm stattfinden. Oh, GG, Joker. Ich hab doch gesagt, du schaffst das. Siste und das im ersten Run. Moin, Waldi. Glückwunsch, Joker. So, was haben wir hier? Will-O-Wisps. Örlichter. Örlichter sind kleine Feen, Lichtgestalten oder Geister. Man kann sie am Nachthimmel schweben sehen. Manche Leute sagen, sie seien gefährlich. Aber sie sind wirklich wunderschön. Sie leuchten und glänzen. Manchmal sehen Reisende sie und folgen ihnen, anstatt einem Pfad zu folgen. Sie können ihnen folgen und geradewegs von einer Klippe stürzen. Oder sie können in den Treibsand geraten. Oder sie können ihnen folgen und von einem Bären gefressen werden. Manchmal werden sie von Booten gesehen, die gegen Felsen prallen. Rebecca aus dem Lebensmittelladen hat sie gesehen, aber sie ist ihnen nicht gefolgt. Sie war zu schlau. Manche Leute glauben Rebecca nicht. Aber ich weiß, dass sie wirklich Örlichter gesehen hat. Die Leute denken auch, dass Örlichter schlecht sind. Ich kann verstehen, warum. Wenn sie dich in den Treibsand führen, ist das nicht sehr nett. Aber ich glaube, dass Örlichter in Wirklichkeit die Seelen von Menschen sind, die vermisst werden. Oder vielleicht sind es Geister. Aber ich glaube, sie waren einmal Menschen. Und sie versuchen, mit den Menschen zu sprechen, die sie vermissen. Wenn wir die Örlichter verstehen könnten, wüssten wir, dass sie uns sagen wollen, dass sie uns vermissen. Und nach Hause zurückkehren wollen. Pixi, ich muss sagen, ich bin ziemlich enttäuscht. Ich dachte, wir hätten beschlossen, dass Märchen nicht das Thema dieses Aussatzes sind. Deine Aufgabe war es, einen Gegenstand aus der Umgebung dieser Insel auszuwählen, ihn zu beschreiben und wissenschaftlich zu analysieren. Imaginäre Geister sind keine Wissenschaft. Hey, Arin. Oh man. Okay. Und wieder Örlichter. Weiß genug über die Welt, um zu wissen, dass man niemals den bunten Lichtern trauen sollte, die einem signalisieren, dass man ihnen folgen soll. Aber was machst du, wenn es sich in deinem Kopf eingenistet hat? Ich bin am Ende. Familie Crown hat diese Inseln gekauft. Cordelia, Peter und ihre Tochter Nora. Sie verließen die Stadt auf dem Festland, um hier in der Wildnis zu leben. Aber vielleicht ist die Lodge nicht so wild, wie das, was ich bis jetzt gesehen habe. Wo ist die Lodge? Eine gute Frage. Ah. Okay. Mal hier der Aktenschrank. Noch hinter das Haus gucken. Nicht, dass hier noch irgendwas versteckt ist. Nein. Okay. Hmm. Hmm. Did you go to school there? I can read and write, but I didn't learn it at the school. I vaguely remember a village. An open fire, the smell of beer, and a man's voice teaching me how to read from a really thick book. What book? Ah, wir alle kennen dieses Buch. Ich glaube, da unten ist ein Friedhof. Okay, er hat also am Lagerfeuer mit Bier daran erinnert er sich ja von jemandem aus der Bibel, der das lesen gelernt. Ach, das Buch. Ich lese nur glaubwürdige Fettestikro-Bahnung. Oh Gott. Was ist das? Was? Das! Da, 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 da. Siehste? Äh. Ich hab Angst. Du musst es sehen? Ich lebe noch. Im Gegensatz zu dir. Das soll auch so bleiben. Wird mir doch nichts tun, oder? Warum bist du hier? Oh, ich weiß nicht, ich wollte nicht hier sein. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Nein, nicht gehen! Du bist sehr streng. Wer war das? Das war... Das war... Das war... Das war... Du bist ein Geist. Ich kann mich nicht sehen, kann ich? Ehrlich gesagt. Die war sehr... Die war sehr streng. Vielleicht war das Beatrice? Oder eine der Crowns? Hm. Die östfriesische Bibliothek musste schließen. Man hat das Buch geklaut. Ah... Zu einem sehr alten Fall von Fanfiction. Oh Mann. Hm... Hey! Hm... Hat die Frage, wo wir sie finden. Immerhin ist das Wetter gut. Sehe dir vor, das würde jetzt immer noch stürmen. Das wäre furchtbar. Oh... Oh... Können wir uns nicht einfach hier hinschillen? Oh mein Gott, Josh. So jealous. Ist das, wo du herum gehst? Well, es ist ein Island. Three, actually. So, plenty of beaches to go around. Well, I think it's absolutely gorgeous. Sure, it's beautiful. Na, was new? You sound like you don't know a good thing, when you see it. Well, I've seen it plenty of times. Na, und? It's breathtaking. Wondrous. Aweinspiring. Monumental. You like words. I love words. Malzeit, Inu. Cool. Virtual Urlaub. If. Ein wunderschönen guten Tag. Vielen, vielen Dank für den Recept. Danke für viele Monate. Der Elektriker ist auf dem Weg zu dir. Wird den Lichtschalter installieren. Und du darfst dir Pantoffeln aus dem Taxi deiner Wein mit den Ego mitzählen nehmen, damit die Füßen nicht mehr frieren müssen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Das ist schon schön. Da waren wir vorhin. Da. Da oben. Standen wir. Glaube ich. Herrlich. Oh, 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 oh. Skizze. Hm. Ja, gut. Ahhhh. Wir kommen nicht weiter. Vermutlich, weil wir nicht schwimmen können. Oder wollen. Normalerweise. Wie jetzt eine von denen auf den Kopf kackt, ne? Wer? Was? Oh, er erinnert sich? Oder was? An Dinge? Ja. Das ist der freakiest doll I've ever seen. Das ist der freakiest doll I've ever seen. Ja. Funny. 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 Okay. Okay. Is this actually a football? It looks ancient. Definitiv. Der ist definitiv ur-u-ald. Woher wissen wir denn, wie die Menschen aussahen? Oder malen wir die einfach irgendwie? Wie? I remember those Sundays in the summer. Music drifting on the air. Blended with children's laughter. Okay, das heißt aber eindeutig, dass Josh aus dieser 1800er Zeit kommt, ne? Bestimmt. Josh gehört zu den Alten der Inseln. Loisa? Okay, Fanny? Loisa? E-tel hat man noch? E-e... E-e-tel? Wie spricht man denn das im Deutschen aus? Deep Satan? How big are you? aber gut mit motorisierten Schiffen aus. Das stimmt, ja. Henry? Hat es gemalt, oder? Liebe Pixie, ich bin so froh, dass du mir das Lesen und Schreiben beigebracht hast. Was? Dass du mir das Lesen und Schreiben beigebracht hast. Ich schreibe gerade ein Buch. Es macht mir viel Spaß. Ich mag Geschichten. Ja, Fanny und Luisa hat daraus vorgelesen. Ich bin jetzt auch ein Lehrer. Ich habe Vater... Ah, nee, das ist Absicht, oder? Das ist Absicht, dass das falsch geschrieben ist. Ich habe Vater beigebringt, seinen Namen zu schreiben. Er ist wirklich gut. Dankeschön, Hanna. Ich würde erst gucken sollen, wie das hier geschrieben ist. Das ist total Absicht. Hat ein Kind geschrieben. Warte mal, ist Pixie der, 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 der Kosename für Beatrice, für die Lehrerin? Man ahnt das Ende. Yves und Henry, was geschah mit ihnen? Wie sind sie gestorben? Was? Wie, ich ahne das Ende. Feen des Feuers von Hanna Little Es war einmal eine Fee, die auf der Insel lebte. Ihre Flügel waren aus Feuer und sie waren so hell, dass jeder sie sehen konnte. Eines Nachts fing ein Mädchen die Fee ein und steckte sie in ein Gefäß. Denn in der Nacht wurde es sehr dunkel auf der Insel. Sie weinte sehr viel und die Tränen füllten den Krug. So schwammen sie in ihren Tränen. Das ist aber schon ein bisschen traurig. Äh. Äh, uff. Ich hab noch nie an Magie geglaubt. Bisher jedenfalls nicht. Vielleicht gibt es auf diesen Inseln wirklich Feen. Hm. Hey, irgendwer. Okay. Servus, Knobi-Wahn. Fisch. Nichts. Hm. Gott, ich hoffe, ich übersehe nichts. Wir gehen erst mal hier den Strand noch lang, bevor wir da so reingehen. Yay, wieder ein Plumpsklo. Woop. Hm. 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 I'm not sad. What about your dream to travel? I used to think I was going to dance around the world. On every continent. In every country. I'd go and hug the land wherever I wanted to go. And dance in honor of it. I think that's cute. You don't think that anymore? I'm all grown up now, Josh. Why? You're not going to answer me? I did. Sort of. I shrugged. Like your shoulders? I can't see your shoulders. Why not? You're here with me. I mean, it's not like we're on the phone or anything. It sort of feels like it sometimes. I wish we were on the phone. I could turn down the volume or text you. Text me? Never mind. Okay. Er hat kein Dunst, was ein SMS ist, aber er kennt Telefone. Hm. 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 So, jetzt musst du meine Tür nicht wissen. Oh. Bedürend. Eh. Eh. Did you lure me here? You got me? Loneliness turned my heart black and bitter. Well, I'm glad you did. I enjoy talking to you. You didn't really, did you? Riley. Checking. Eh. Eh. I mean, it must get pretty lonesome out here, right? I miss people, yes. No late night talks, that's for sure. So you did want a companion? And right on cue. Riley, you're going to have to trust me sooner than later. I think I do trust you. Ja. Ja, schon. Warum auch nicht? Bisher hat er uns ja nichts getan, nur geholfen. Raupe kennt auch Telefone, also wird er wohl so alt sein wie Raupe. Sag mal. Ja. Ja. Okay. Hey! Still, I'm not taking anything from here. It just feels wrong. Beatrice. What about her? That was her space, right? If you mean her office, then I guess so. It wasn't just her office or her classroom. It meant something to her. Like a place to redraw? A sheltered place. To safeguard the things that matter to her. I can see that. I'd like to know more about her. Hmm. Hmm. Okay. 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 So. Pff. Ah. Ah. Nun. Warum stehen da Schuhe? Ah. Von ihr. Ah. Von. Ah. Guck. Sie spielt barfuß Fußball. Das ist das Tor und er macht Musik. Hmm. Hmm. Schauen. Wie ist denn eine Affäre? Wolltest du das Geld? Was? Schon schön. Ich kann es sensieren. Nicht, dass ich ein, du weißt, ein Wälder oder was. Aber, du weißt, was auch immer. Sei nicht unkomfortabel. Ich bin glücklich, dass du mich schreitst. Ich wünsche, dass ich deinen Schreit sehen konnte. Dabei steht da noch so viel, was ich aufreißen muss. Ich habe nicht vor, das abzureißen. Jetzt hier auf der Rückseite. Ich habe so Angst, hier irgendwas zu übersehen. Irgendeinen Hinweis, irgendwas. Was Wichtiges. Und es zugedeckt. Sehr wichtig. Milchkannen. Oh, das ist recent. Du denkst, dass es noch ein Schöpfer gibt? Diese Schöpfer brauchen nicht ein Schöpfer. Es ist eine Brie, die nicht mehr schäfen muss. Und du wirst das aussehen, wenn du die Böden? Ich weiß das, weil das, was die Knochen hier rumliegen mussten. Ich war da. Oh, genau. Hm. Ist das gut, wenn die Knochen hier rumliegen? Also. Ich kenne das auf die Natur. Ich kenne das auf die Natur. Was? Komm mal. Find es irritierend, dass die Knochen hier rumliegen? Find nur ich das irritierend? Hey, Thoughtful Gaming. Wo halt. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich habe es gesehen. Da, 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 da. Hey, James. Ja. Wild horses. Hiya, Diary. I like sitting here. Reminds me of when I was a girl. See, there were horses here. You can still see their pen. And their stables. Secretly, I like to name them. And imagine what it must have been like to ride them on that beach there. There would have been a black beauty, of course. God, I love horses. They're so wild and free. And when I was riding them, as a girl, I felt the same. Wild and free. The wind blowing back my hair. The thundering hooves. Why did that feeling ever stop? And why did I think I'd find it here? The horses are long dead. And I'm trapped. On this island. In my head. With him. I remember those horses. And the Evanstons. We leased a horse from them whenever we had a cargo they needed to go over the hill. We? The islanders. You haven't told me about your dog yet? Hm. What do you want to know? Did he have a name? Marshall. He was a stray. Back at the factory I used to work at. I brought him meat from the factory. And when I left, I took him with me. Hm. Orgman Discman gab's schon vor der SMX. Das ist richtig. Aber angenommen er, also ich mein, er kennt ja die Leute, die 1880 so in der Zeit da waren, ja. Wobei das ja auch, hm, vielleicht nicht zwangsläufig 1880, es kann ja auch, also die Cordelia Crown kann ja auch, keine Ahnung, 1910 noch da gewesen sein. Seit Anfang 70er, naja, gut, das wird schwierig. Hm. Hm. War wohl deine Vorgängerin? Was, Bärby? Duna. 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 Eine Gummizelle braucht Ausstattung. Duna, vielen, vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 27 Monate im Kokon. Äh, Baumeister Money kommt bei dir vorbei und nimmt Maße für ein Fenster. Was irgendwann mal kommt. Hätt ich gesehen, muss er irgendwann zwischen 1980, 1990 gelebt haben. Wirkliche Walkman ist von 77 und er damals rät für Reporter. 91 gab es die erste SMS. Naja, aber dann nimmt man nur das jetzt, Deadly-Duner. Und das kann eigentlich auch nicht sein. Hm. Na, mal schauen. So richtig kann ich es noch nicht einordnen. Wann Josh nun gelebt hat und wann nicht. Aber vielleicht sind es ja auch, also vielleicht kennt er auch nur Geschichten und vermischt das mit seinen Erinnerungen. Ich meine, er ist ein Geist, das ist schwierig. Oh, Moment. Ah, das sind die Pferdepferche, oder? Hm. Wir haben jetzt nichts über unsere Mutter erzählt. Schön. Er hat gefragt, wir haben nichts erzählt. Ah, sah ich doch. Hier standen die Pferde. Pferdestall. Pferdestall. Hm. Vielleicht ist das Spiel auch voller zeitlicher, einfach voller zeitlicher Fehler. Ja. Glaube ich nicht. Du hast Pferde auf. Ich habe fun, trying to make do, but until the time has come. Are you singing? Maybe. Why? Because it's fun. What do you do for fun? There's a fun tree on the beach. You should try singing. Was, es gibt einen lustigen Baum am Strand? Aha. Lustiger Baum. Na, was nu? Dummi, moinsen. Und an den Wörter, hi. Ein wunderschöner Tag, vielen lieben Dank für den Recept. Dankeschön für 20 Monate im Kokon. Du darfst den Kokong-Garten besuchen. Schön mit Pool und Grillplatz und so. Was ist denn das hier? War das mal ein Leuchtturm? Das war mal ein Leuchtturm. Guck mal, das ist runtergefallen. Das war ein Leuchtturm. Oh. Guck. So sah es mal aus. Ungefähr. Nee, die Pferde. Die haben Strand lang geritten. Wilde Pferde. So eigentlich weniger wild, weil es waren ja Domestizierte. Aber hey. Stellen wir uns einfach vor, es waren wilde Pferde. Kann man da reingucken? Nee. Alter kaputter Leuchtturm. Du hast keinen Lieblingsbaum am Strand, der Spaß bringt. Vielleicht sollte ich mir eins zulegen. So. So. Oh, wir wollten mit ihm über's Tanzen reden. Frag mich nochmal. Hallo. Okay, der ist grudelig. Oh, fuck. What's that? Bäh. M. Okay. Nur ein bisschen gruselig. Oh, come on, honey. I want to drink this tea while it's still hot. Mom. Did you know that Rebecca from the grocery store has seen a will-o'-wisp? Has she? Have you ever seen one? No. Cheese or haddock sandwich? Cheese, please. Just, maybe Daddy's turn into one. A will-o'-wisp, I mean. Now you know that's not true. Daddy left. I know it's hard. But we have to accept it. Just, maybe is all. I asked Miss Dress-up about will-o'-wisp. But she said they're poppycock. She said there are no such things as ghosts who dripped along the marshes. And the sooner I let go of such romantic notions, the best. Oh well, she might be right about that one. Schön, sie das nachmacht. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du. Are you okay? What the hell just happened? Hoch, wo bin ich? Not sure. Wozu her bin ich? Ist die viel entscheidendeرف ultimately? Ach, we're sorry, too, right? I did. hey pixie hat papa verloren so viel ist schon mal klar da hinten kommt der frito ja frala viel spaß beim sport hier ist gewünschlistet dann wünsche ich dir viel spaß wenn du es irgendwann spielen solltest hmm hmm little girl dad abandoned her you saw that right i did i love who does that i wish my dad had left Also nicht verloren, sondern der Vater ist gegangen von Pixie. Warum denkt sie dann, er könnte ein Irrlicht sein? Ich dachte, ich dachte, also, weißt du, wenn er gestorben wäre, dann... Hm. Verlassen ist ja nochmal ein ganz anderes Brett. Okay, wir kommen zu einem Friedhof. Ob wir hier ein Grab für Josh finden? Denkstätte. Oh. 1832 gab es hier also ein richtig... Quasi eine richtige Seuche. ...ein Fieber, was rumgegangen ist. So viele Tote. Mag Friedhöfe, wirklich nicht. Okay, 1832. Bei der Abreise gestorben oder das Mädchen hat es gespürt? Denkbar. Vielleicht denkt die Mutter auch nur, er hat sie verlassen? Und ist eigentlich irgendwo umgekommen? Ja, wobei... Hm. Meine Skizze vom Friedhof. 40 Jahre vor der letzten Fähre. Hm? Am Anfang gesagt, dass die Männer die Insel verlassen hätten. Ich dachte, alle haben die Insel verlassen. Oder die Mutter hat den umgebracht und sagt nur, er ist gegangen. Jetzt wird's aber crazy. Oh, ich dachte, wir können... Oh, warte mal. Father Thomas. Ich dachte, wir können alle Grabstellen lesen, aber offensichtlich nicht alle. Sondern nur so ein paar. Oh. I have left the troubled ocean and now laid down to sleep. Archibald Archie O'Sullivan. 8.15.17.68 bis 8.8.18.26. Warte. Schnellkopf rechnen. 2.13. Ist aber nicht sehr alt. 58. Vor der... Vor dem Fieber. Vor der Epidemie. Archie ist vor der Epidemie gestorben. Na was? Nö? Ah. Miii. Ich wünsche dir ebenso schöne Osterfeiertage. Vielen lieben Dank für den Recept. Danke für 49 Monate im Kokon. Kriegst, glaube ich, Buschtrommeln. Oh, strommeln. Schön. Irving Evenston. You are the fool, but Francis loved him. Februar. 28. Februar 1770. Bis zum 30. Oktober 1827. Ist auch nicht alt. 57. 57. 57. 57. 57. Ne, das ist ja noch. Oh. Nora Crown. Remember me and I will love you forever more. 24. Mai 1802. 21. März 1855. Damals wurden die Leute nicht so alt. Das ist, glaube ich, ein Irrglaube gerade. 81 Calls. Das Problem ist eher, dass die Wahrscheinlichkeit an Krankheiten zu sterben war höher, aber dass generell das Durchschnittsalter nicht hoch war, also das ist diese Verschiebung, dass halt damals häufig, also dass damals viel häufiger Kinder auch gestorben sind. Hm. Nora Crown. Doesn't that sound vaguely familiar, do you? It does. Her name was in that newspaper article we found back at the school. Lebenserwartung war früher schon niedriger, glaube ich. Ja, aber eher bedingt durch... Eher bedingt dadurch, dass... Dass halt häufiger an Krankheiten gestorben wurde, ne, also dass Medizin halt noch nicht so weit war. Und vor allem durch häufig eben Kindstod. Ja, das drückt natürlich dann die Lebenserwartung, also das Durchschnittsalter. Echte Medizin und Ernährung, ne, Ernährung vielleicht nicht zwangsläufig und Krankheiten. Mangelernährung, ja. Das ja. Aber Nora Crown war ja offensichtlich, also war ja das Kind einer reichen Familie. Also das, das geht, da gehe ich mal da nicht von aus. Und 53 ist da, ist da kein Alter, ehrlich gesagt. Kriege spielen auch eine Rolle, der 30-Jährige Kriegsmaß. Oh. Ja. 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 Oh, hier liegt Cordelia Crown. Nora und Cordelia. So ein Peter Crown liegt hier aber nicht. Möchte ich bloß mal beiläufig erwähnt haben. Cordelia Crown. We know all about her. Okay, Cordelia hat mit 30 ihre Tochter Nora bekommen. 1782 bis 1833. Und die ist 22 Jahre vor ihrer Tochter gestorben. 1833. Warte, 1833. Das war... War das ein Jahr nach dem Fieber? Sekunde, muss nochmal nachgucken. Ich glaube, das Fieber war 1832, ne? Ja. 1832. Die ist ein Jahr nach der Epidemie gestorben. Es gab auch damals Leute, die älter als 80 wurden. Ja, genau. Immer wieder Rambazamba. Durchaus im möglichen Bereich, wo der Durchschnitt irgendwo bei 80 liegt, ne? Ja, ich wollte ja nur zum Ausdruck bringen, dass 50, ja, jetzt nicht alt ist. Das sieht man auch, ne? Also das 50 oder in den 50ern ist in der Zeit jetzt auch nicht alt. Das ist auch eher so mittelalt. Oh, man hat gar kein Geburtsdatum. Gestorben am 18. Juni 1833. 18. Juni 1833? Die sind zeitgleich gestorben. Cordelia und Callum. Das ist da? Aber bestimmt. Danke für dein Follow. Da ist mit Sicherheit eine Verbindung. Oh, Beatrice Parker. Das ist die Lehrerin. Ne, sie ist nicht. Ah, 18. Januar 1821 bis 2. Mai 1877. Auch nicht alt geworden. 56. One who followed dreams, ships and stars. Oh, shit. It's Beatrice Parker. From the school. That's so sad. Die werden hier alle irgendwie nur so 50. Oh, Benjamin Parker. Oh, das ist aber ein sehr kleines Grab. Also das ist ja jetzt ein bisschen... Trusted friend, beloved husband. Ach. Warte mal. 28. Oh Gott, das kann man echt schlecht lesen. Ist das eine 1808? 28. April. Aber wenn es 1808 wäre, dann wäre der tatsächlich immer älter geworden. Zum 19. August 1886. Vielleicht auch 1818. Bis 86. Würde ich vor meinem 50. Geburtstag abreisen. Ja, besser ist. Light will guide you home. No. Das hatten wir schon. Warte. Müssen wir hier hinten noch gucken. Und auf der anderen Seite müssen wir auch noch gucken. Lito vom Club 50. Will Scroft Doyle. 21. März 1944. Scroft. Died in 1944. That's lit. Warum sagt er, dass es spät? Wann ist die letzte Fähre gefahren? Wissen wir das? Haben wir das irgendwo aufgeschrieben? Natürlich nicht. Wie sagen wir das nicht aufgeschrieben? Das war 1980. Wieso schreibt die denn sowas nicht auf? 1921. 1922. Hm. Warte, hier gehen wir mal noch nicht weiter. Ich will natürlich noch... 1980. Warum sagt er dann 1944, das wäre spät? Wieso sagt er das so? All he made was love. Das malt sie nicht rein? Den Grabstein von Terrence? 1904. Weiter Juni 1904. Hey, Andi. Here lies the buried body of the island Sprouse. Dylan Sprouse. Late constable of the rogue island. So, wenn man hier auf lesen drückt, passiert nichts, außer dass... Naja. Dass das... Biller mehr. Das wird... Das wird dann anders geschrieben. Sehr gut. Sehr gut. Von 1799 bis 1862. Zumindest nicht in den 50ern gestorben. Oh. Oh. I remember him. Bad news, that guy. How so? Smuggler, I think. Oh. Oh. Master called eye on life, on death, horseman, pass by. Disappointed, but never surprised. Was wird denn sowas auf dem Grabstein stehen? 1798 bis 1834. Das ist aber auch nicht alt. 36 grad mal. Huf. Ah. Disappointed, but never surprised. Rest in peace, Oliver Bullford. 82 bis 28. Übel, Jun. Achso, das war Archie. Warte mal. Das... Achso, nee. Das... Doch, das war jetzt die Seite. Genau. Jetzt gehen wir rein. Oh. I am such a silly goose sometimes. Thought the evil spirit wouldn't follow me into a church. Shut up. Maybe I've seen too many movies. God, if you're listening, this spirit is evil. Hear me? Evil. Yes, I'm talking about you. I hear him all the time. Sometimes I wish I had gone back with the others. At least I could have talked to a psychiatrist or something. Now it's just me and him. Stop! These people you talk about, they've been dead for so long. Why does it matter? I don't understand any of it. I don't care about Cordelia Crown or why she thought she needed to confess. I want a bit of peace in my head. Yes. You gave me Seabrook. But you want me to stay on that beach forever. But why? Yes, I'm listening. Father Thomas, yes. He's the one that taught you to read, I remember. So he was here when it all happened. My God, I'm talking to you. Not as far as I know. Father Thomas. You think he knew me? Maybe he taught you how to read. Er hat mit Margo geredet. Ah! Oh man, Josh. Oh man, was hast du getan? This is about Beatrice. From the school. A cornerstone of this community. Sonntag, 30. August 1846. Vorbereitung der Messe. Im Gottesdienst muss ich daran denken, das Kirchenpicknick nächste Woche anzukündigen. Und vor allem darf ich nicht vergessen, die Eröffnung der Cordelia Crown und Schule anzukündigen. Ich werde mit dem Organisten darüber sprechen, ob die Kinder ein Lied zur Ehre von Miss Beatrice Parker singen können. Frau Parker hat sich um unsere Gemeinde sehr verdient gemacht. Wenn man bedenkt, dass ohne ihren Einsatz so viele unsere Kinder nicht lesen und schreiben könnten. Jetzt haben wir unsere eigene Schule und sie kann alle unterrichten. Das ist ein Segen. Hm. Bemerkenswerte Frau, von vielen verehrt. Sie hatte eine Bestimmung. Ich wünschte, ich hätte sie gekannt. Ja, es ist amtlich. Ich verliere den Verstand. Man anfängt, so einen Mist zu schreiben. Du brauchst eine Pause, Riley. Hm. Hoffentlich drehen wir nicht ab. Würde ich gern vermeiden wollen. Liebe Freunde. Für immer werde ich mich an meine Mutter erinnern, wie sie als junge Frau am Rande der Klippen stand, ihren stählernen Blick auf das Meer gerichtet und auf die Rückkehr meines Vaters wartete. Mit großem Kummer im Herzen musste diese das Warten schließlich aufgeben, aber sie hatte ihre Liebe zu unseren Inseln nie verloren. Meine Familie ist auf ewig mit diesem Ort verbunden. Vielleicht erinnern sie sich an meine Mutter und Nora als jemanden, auf den sie immer zählen konnten, wenn es darum ging, sich um ihre Kinder zu kümmern. Eine fiebrige Stirn abzuwischen oder ihnen einen Brief vorzulesen. Sie war so gut und so freundlich wie nur irgend möglich. Ich kann nicht ausdrücken, wie tief mein Verlust ist. So wie meine Mutter den Verlust meines Vaters nie überwinden konnte, so habe auch ich nun ein bleibendes Loch in meinem Herzen. Liebste Mutter, ich hoffe, du hast den Frieden gefunden, von dem ich weiß, dass du ihn in diesem Leben nie gefunden hast. Und ich hoffe, du schaust auf deine geliebten Inseln herab und lächelst. Ich werde dich immer lieben. Meine geliebte Tochter Pixie. Pixie ist die Tochter von Nora Crown. Und Nora Crown hat offensichtlich ihren Mann verloren. Auf sie. Zu einer kleinen Wahnvorstellung hat noch niemandem geschadet. Na ja. Kenne die Wunden in deinem Herzen. Ich meine Mutter verloren. Wusste nicht, wie ich weitermachen sollte. Vermisse dich jeden Tag, Mama. Hol mich nach Hause. Da will ich gar nicht dran denken. Cordelia Crown? Oh. Was? Was sagt sie? Sie kamen sie zum Priester? Schut. Ich versuche, Josh. Echt eh, Josh. Lass mich da erst mal lesen. 10. September 1830. Zu meiner völligen Verblüffung kam Miss Cordelia Crown mitten in der Nacht zu mir und wurde durch ein lautes Klopfen an meiner Tür geweckt. Da stand Miss Crown in ziemlicher Aufregung. Sie verlangte, dass ich ihr die Beichte abnahm und wollte nichts von meinen Einwänden wegen der späten Stunde wissen. Das Geständnis, in das ich eingeweiht wurde, war mehr als bemerkenswert. Sie könne die Last des schrecklichen Geheimnisses nicht mehr tragen, sagte sie. Aber keine sanftmütige Dame, wie Mrs. Crown es ist, könnte jemals für irgendein Fehlverhalten verantwortlich sein, geschweige denn für die Schandtaten, von denen sie sprach. Leider fürchte ich, dass sie dem Fieber bereits verfallen ist. Aber aufrichte ich, dass ihr Wahn im Morgengrauen verschwunden sein wird. Er hat nicht aufgeschrieben, was sie gemacht hat. Was denn? Was hat sie gebeichtet? Ah! Welche Tat ist so furchtbar, dass man sie mitten in der Nacht beichten muss. Was hat sie gemacht? 16. Februar 1873 Ich bin fast mein ganzes Leben lang auf den Rogues gewesen und noch nie habe ich die Kirchenbänke so leer gesehen. Leider haben die Getreidepreise so viele Familien von den Inseln vertrieben. Ein paar tapfere Seelen sind geblieben und ich werde ihnen weiterhin jeden Sonntag eine Atempause von ihren Nöten bieten. Die Kirche und ich werden weiterhin ein Zufluchtsort für alle sein, die noch übrig sind. Pater Thomas Wir hatten hier also eindeutig Versorgungsprobleme. Cordelia Crown Sie hat Kekse mit Ingwer gebacken und gegessen. Wahres Schuss. In liebevollem Gedenken an Cordelia Crown Gestorben am 18. Juni 1833, Alter 51 Jahre. Gegangen, aber nicht vergessen. Grausam ist's, das zarte Band zu brechen, von Herzen, die die Liebe kennen. Unendlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach Liebste, wir dich niederlegen, friedlich in dem Grab geborgen, für Andenken und der Ehre wegen. Aber der Pater hat geschrieben, das Fieber muss sie. Ja, oder sie, er, das hat er nur gedacht, weil sie da so, ne, mitten in der Nacht. Hm. Und es gibt ja noch den, 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 den Mann, der halt zeitgleich mit ihr gestorben ist. I'm glad we're out of there. You don't like churches. I don't like graveyards especially. Hm. Cordelia Crown. What a name. She showed up in the middle of the night. On a priest's doorstep. I know. That was strange. War sie aufgeregt? Why was she upset? I didn't think Cordelia did upset. That must have been some sin, Cordelia Crown committed. Are you frowning? What? Why? I can't tell if you're annoyed. I can't see your face. Not annoyed. It's my head. You're talking at full volume here. And I can't turn you off. And don't say you're sorry. Was? Warum sind wir jetzt gerade schon wieder so böse zu ihm? Ich verstehe nicht. W-w-w- Warum? Wollen sie nicht verstehen, oder? Oh. Oh. Wo ist denn das? Aber ein sehr abgelegenes Häuschen. Ob wir über den Baumstamm da hochkommen? And you listen. You can hear your soul. They do? They do. Josh. Are you my soul? Talking to me? You don't think I'm real? Maybe you're some dark shadow I keep hidden away. I'm not dark. It's just not normal. Me talking to myself all the time. It's not normal. You don't want to be normal. You're exceptional. Die Frage erst über den Baumstamm hoch. Kann man, kann man überhaupt? Ein Waterbucht? Ja, man kann nicht. Okay. Besser. Ich bin zumindest nicht die Erste, die hier offensichtlich Schiffbruch erlitten hat. Na, Eingrück. Jetzt fühle ich mich besser. In der war aber ein Loch. Die hat das Loch vergessen zu zeichnen. Das ist aber sehr ungenau. Oh, warte, hier mein Kaffee. Nee. Huh? What was? I remember that one lad. This picture is from the second war. Oh. Du und Samuel Foster. Juni 1941. Ohne dich hätte er diese Reisen nicht machen können. In Liebe, Carrie. Du und Lee Paxton. Juni 1940. Ich weiß, dass du ihm vor seinem Dienst viel Trost spendetest. In Liebe, Carrie. Carrie war die alte Frau, ne? Die sich um Margo gekümmert hat und dann aufs Festland zurück ist. John, waren sie weg. In den Tod. Wie konnte er das tun? War er der Einzige, der sie sicher dorthin bringen konnte. Begreifen. Donald Boyle. Kenneth Fisher. David Wallace. Wilder Mackiem. George Torres. Dennis. Shirley. Lee Paxton. Ich hab keine Ahnung. Joseph. Ich weiß nicht. Samuel Foster. Oh Mann. James Brown. Robert Brown. Oh Mann. Sie ist die Stimme im Kopf? Und Josh. Er heißt Josh. Rickett. Er war ein Soldat. Lewis Doyle. Ausweis der Seestreitkräfte. Hafen von Biefen. Bithan. Inhaber Lewis Boyle. Wohnhaft. 1856 ein... Coracle? Dune? Was? Geboren am 13. April 1893. Angaben zur Person. Größe 1,75. Haarfarbe Braun. Farbe der Augenbrauen. Genehmigt. Am 15. Dezember 1913. Proof by Ernest Mayweather. Oh, Entschuldigung. Ich tja, was war. Er ging zur Krieg. Der erste Krieg. Das Soldat im Ersten Weltkrieg. Das ist schon lange her. Ein Held. Was du zurückbekommst, wenn du gibst. Was brachte ihm das Leben? Was ist eventuell der Brief bei der Schule? Ist das ihm? Wahrscheinlich. Es sieht aus dem ersten Krieg aus dem ersten Krieg. Es muss sein, oder? 1913, Perry. Doyle senken. Schon waren sie weg. In den Tod. Sie sehen so unterschiedlich aus. Beide können unmöglich echt sein. Vielleicht doch. Eines Tages werde ich alt sein. Hoffentlich. Beide können unmöglich echt sein. Das verstehe ich nicht ganz. Whoever owned that boat had military history, that's for sure. I wonder, though. Why did he keep that picture from the first war? Do you think one of those soldiers later steered that ship? You want to know if one of them was the skipper? Yes. Maybe he fought in the first war and then took soldiers on a ship in the second war. That's not crazy at all. Scruff took them to the mainland to get their training. What are you saying? Scruff. That's right. That's what we called him. You know this man. Perfectly. I even remember his face. His voice. His humming. His tobacco. Oh my God, Josh. This is huge. I know. What was he like? Warm. Helpful. Caring. Always talking. Always talking. Always talking. Da habe ich auch so einen im Kopf. Das ist also Scruff. Scruff ist gestorben. 1944. Hm. Dann kommen wir hoch zum Haus, ne? Glaub ich. Lumpes Klo! Lumpes Klo! So, aber bevor wir hoch zum Haus gehen, machen wir mal eine kurze Pause. War? Für ein paar Minuten eine kleine Bio-Break. Ich hole mir noch einen Kaffee. Und dann holen wir uns, schauen wir uns oben das Haus an der Klippe an. Kurze Pause. Bis gleich. So, wieder da. In der Erziehung Deluxe. Genau. Hey, Cobridge. Oh. Ah. Ich habe frischen Kaffee. Danke für Sybin. Ob Josh der Vater war? Ich frage mich gerade, ob Josh der Vater war. Wie lange geht es heute noch, circa? Ähm. Werden wir sehen. Hier gehen wir so halb drei rum. So die halb drei Viertel. Ich weiß halt auch nicht, wie lange das Spiel ist. Ob wir das, äh, heute durchspielen, zum Beispiel, weiß ich nicht. Ich habe nicht nachgeguckt vorher. Ja. Josh, es ist wieder passiert. Äh. Ja. Gut. Ich weiß nicht. Sie haben Leben, lieben. Ich bin ein altes Mann, der mehr Todes zu sehen, als ich möchte. Und diese Hand? Ich habe mit ihnen gebeten. Ich kann das Worte wegnehmen. No matter how many years I'd seen. Aber diese Hand, sie haben auch Heald. Healing doesn't make up for the taking of a life. There's no return from that. Why write it all, then? I love my daughters. I think about them all the time. And I suppose I want to remind them and myself of all the good parts. Yeah, there's no sense to it. But it works for me. They have a new family now, and I... You? I have you, no? The Lord knows you need someone to take care of you. Let's go find a spot for this one, my boy. What about three sisters? Three sisters. Yes, that works beautifully. Scruff. That was Scruff. Exactly like I remember him. I didn't see you. You weren't there. I was already dead. You were in his head too. Und ich dachte jetzt kurz, dass Josh irgendwie, weißt du, einer der Soldaten war, so... Aber nein. Okay. Okay. Josh ist echt schon lange hier. Als Stimme in den Köpfen unterwegs. Das ist echt, was weiß ich. Eine Skizze. Okay. Why does he keep hiding them? He should have sent them. 26 September 1939. My sweets, as you've probably heard war has struck again. We humans never seem to learn from our mistakes. During the first war, I was a medic. My mission was to save the boys. But there were so many I couldn't help. Sometimes I had to make a choice over who should live and who should die. I essentially killed one to save another. The smell of death, the bodies, the blood, the screams of agony. They never let you go. I wish I could imprint all that upon these young boys who are enlisting. Their lives are never going to be the same. I cannot make them see. Instead, they're filled with excitement for the adventures they believe are ahead. I know no way to help, so I'd take them. My boat and I deliver them to the front lines. My friend Kerry told me the myth of Charon, the ferryman to the river Styx. I feel like I too am delivering these boys to the underworld. All I can offer is a safe passage. But I cannot save them. In these dark days, I don't know if I can save Josh either. My head is a swell. And I'm no closer to having an answer. That boy is my heart. And I have to help him. I'm so sorry to have written such a grim letter. I only make it through these times knowing you are in the world. Your loving father. Ready or not, he could have ended this. He didn't have a choice. No, he didn't. He should have faced his kids. Shared his sorrow. Shared his sorrow. Shared his sorrow. Murder? Here on the islands? Oh my god, Josh! Look, that's your name. Was? Okay, da der in einem Gasthaus war, muss Josh da ja schon, naja, zumindest ein Minimum junger Erwachsener gewesen sein, ne? Hallöchen, Lina. Und erhoben ein Glas auf, Josh. Constable Sprouse sagt, er habe keine konkreten Hinweise und die Ermittlungen würden fortgesetzt. Pinewater-Bucht. In der schwarzen Glocke gab es eine Menge Ärger. Callum, wer ist er? Was hat er in der Glocke gemacht? Da hat doch, wo wir... Ach nee. War, glaube ich, ein anderer Grabstein, wo wir... Wo er das mit dem Schmuggeln gesagt hat, wo Josh das mit dem Schmuggeln gesagt hat. Aber Callum ist der, der zeitgleich mit Cornelia gestorben ist, am selben Tag. Warum war Josh dort? War er an dem Mord beteiligt? Hm. These are beautiful pictures, but why did he put them up here? He must have found something there. Lens end. Do you know who this is? Archibald O'Sullivan. We called him Archie. A gardener. At the lodge, I think. Ich hätte jetzt auf den Leuchtturmwärter getippt. Ist das der lustige Baum vom Anfang? Ich weiß nicht. Das sah nicht wie ein lustiger Baum aus. Archie. Warum warst du, dass das Ort so wichtig war? Was ist da passiert? Kann ich nicht lesen. Stillwater Cove. Okay. Nachruf. Hast du das Date gesehen? Juniour 10th? Ich bin sicher, dass ich es vorher gesehen habe. Amon? Nachruf. Mr. Callum Campton, 35. Stirbt. Oder gestorben? Nee, stirbt. Okay, dies. Big Rogue, 18. Juni. Die Einwohner von Big Rogue Island trauern um Mr. Callum Campton, der heute bei einem Feuer in der Lodge ums Leben kam. Es gab ein Feuer in der Lodge! Mr. Callum Campton wurde auf Dark Rogue Island geboren und lebte dort sein ganzes Leben lang. Mr. Campton hinterließ seine Nichte Pixie. Am Sonntag, den 23. Juni, findet in der Kirche ein Gedenkgottesdienst statt. Moin, Rava. Es gab ein Feuer in der Lodge. Sie ist also auch, also hier, wie heißt sie? Cordelia ist auch bei dem Feuer ums Leben gekommen, mit Sicherheit. Das Feuer in der Lodge. Ich glaube nicht, dass es ein Unfall war. Mit Nora gestorben? Nee, nee, nee. Nora ist, äh, ist später gestorben. Nora ist die Tochter von, äh, Cordelia. Das ist nicht Scrape's Handwriting. Wo hast du diese Noten bekommen? Ist das über dich? 12. Januar 1821. Wie es scheint, hatte ich recht, und er hat Schmuggelware auf die Insel gebracht. Zudem scheint er dies im Dienste der Crowns getan zu haben. Die meisten Inselbewohner scheinen das zu wissen, und das kümmert sich nicht im Geringsten. Selbst Constable Wilford drückt ein Auge zu. Man hat mir sogar gesagt, ich solle meine Ermittlungen einstellen, wenn ich meinen Job als Special Constable behalten wolle. Damit befinde ich mich in einer äußerst schwierigen Situation. Was, der Callum? Scrape stellte seine eigene Nachforschung an, und er hatte Notizen von jemand anderem. Woher hatte er die? A receipt for bottles. That name Compton. We've seen it before. In the graveyard. Callum Compton. Mr. Compton bestätigt den Empfang von 12 Flaschen von Mr. Barlow, 22. August 1819. Nach dem Verkauf der besagten Flaschen wird Mr. Compton an Mr. Barlow 10% der Verkaufssumme auszahlen. Wer ist Barlow? Warum hat Scraff diese Quittung aufbewahrt? Kannte Josh ihn? Josh gleich Barlow? Josh Barlow? Watt, 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 watt. Wieso kommen wir denn jetzt auf Didi? Und warum hat er nicht nach Hause? Bitte Frage. Die Mädchen von Scraff. Das muss ich, warte, ich muss auf Lesen drücken. Ich weiß sonst nicht, was da steht. Also hier unten ist Lesen, ja. Ich drück mal hier auf Lesen. Oh, Sauerkraut. Wer hätte das gedacht? Entschuldigung. Ach. Ach. Ernsthaft jetzt? In diesem Moment, der Freude, die das Leben besonders machen. Liebe Carrie. Okay, ich bin verwirrt. Ich komm nicht mehr mit. Hat Scraff Carrie geliebt? Aber der hatte nicht mit der die drei Kinder. Nein. Sauerkraut heißt in Englisch gleich? Krass. Lasche. No label. No nothing. Was he making his own liquor? No, they look older. At least 19th century. I really don't get why he buried his letters in these. His daughter probably thought he was dead. And they liked it better like that. Hm. Eine der Flaschen der Quittung. Ja, das denke ich auch. Du hast immer eine Wahl. Er beschloss nicht zu sein, Töchtern zurückzukehren. Er hat sich stattdessen für George entschieden. Ja, und gegebenenfalls für Carrie. Also. Oder? Er hat sich nicht zu sein, Töchtern zurückzukehren. Freude durch die Wellen. Frei. Und ich dachte an euch. Meine Töchter. Und ich erinnerte mich an die Tage, bevor ich wegging. Ich erinnerte mich an die Freude darüber, dass eure winzigen Finger die meinen umschlossen. Ich erinnerte mich an eure wilden Locken, die flogen, als ich mit euch fangen spielte. Ich erinnerte mich an euer quietschendes Lachen. Das Lachen. Natürlich seid ihr jetzt erwachsene Frauen. Vielleicht habt ihr sogar schon eigene Kinder. Aber für mich seid ihr immer noch die kleinen Mädchen mit dem gleichen wilden Temperament. Wie dieser junge Tümmler, der im Wasser tanzt. Ich habe den Tümmler gesehen, als ich mit meinem Freund Josh auf dem Boot unterwegs war. Ich habe in meinen anderen Briefen von ihm gesprochen. Wir segelten zu der Insel, die als Dark Rogue bekannt ist. Es ist ein wunderschöner und rauer Ort. Ich wünschte, ihr könntet ihn sehen. Josh hat mir erzählt, dass es zu seiner Zeit ein todbringender Ort war. Danach konnten sie ihn nicht davon fernhalten. Müssen wir da hin? Können wir da hin? Gehen wir jetzt da hin? Hm. Ölernzeichnung. Seine Töchter, der Schmuggel. Ich hatte etwas mit ihm... Möglicherweise, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, das war nicht. Ich habe nicht jemanden, Rielly. Du kannst nicht eigentlich wissen, Josh. Du sagst, dass du nicht dein Leben erinnerst. Vielleicht hast du vergessen für ein Grund. Ich will nicht mehr darüber reden. Wir haben zu, später oder später. So, Scruff lived hier im 20th Century. Und er hat sich in der Zeit verletzt. Mein Tod? Ich bin ja nicht so, dass du es ausgesprochen hast. Ich weiß, dass das nicht einfach ein Thema für dich ist. Wir müssen uns überlegen, was das bedeutet. Es bedeutet, dass nicht alles, was ich mich noch nicht erinnern, hat passiert, als ich war. Und dass es vielleicht noch andere, die du mit mit sprechen kannst. Wir sollten sie finden. Du bist ja nicht. Zwangsverflauscht. Das ist Carrie mit ihren Einmachgläsern. Okay. Nur wo jetzt hin? Wir können gerade nur zurücklaufen, oder? Nee, vielleicht auch darüber. Gucken wir mal. Vielleicht können wir ja nach links. Josh hat ja eindeutig auch mit Margo gesprochen. So viel ist ja schon mal klar. Scruff war einer, Margo auch. Margo mochte ihn nicht wirklich. Scruff hingegen schon. Hm. Hey Delfin, lass dir schmecken. Ja. Hm. Muss du etwas gestehen? Ich habe ein bisschen... ...confession zu machen. Ich bin eigentlich glücklich, dass ich dich kennst. Oh, all right. Ich denke, du hast mir einfach blusht. 0m1 0m1 05. 0m2 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 Hierzu Rockefellerisch. Oh, Spiegelküste. Nana, 1782 bis 1833. Pixie, das ist aber ganz offensichtlich für Pixie. Okay. Eine Mutter, ein Vater, ein weinendes Kind. Nicht gerade das übliche Porträt einer glücklichen Familie. Hintenbrise. Wie soll es weitergehen, das zu entscheiden ist mit das Schwierigste, was es gibt. Und manchmal braucht man Hilfestellung, um seinen Weg zu finden. Gehenstaub. Glauben die Menschen wirklich an Märchen? Hm. Whose Journal is this? Nora. That's Pixies' mother. Yeah. The woman from the picnic. And from the eulogy and the priest's notebook. Remember? Ich überlege schon die ganze Zeit, ob Josh Noras Mann, Freund, whatever war. 25. Juni, 1833. Wie soll man anfangen? Wir haben heute Mutter und Callum beerdigt. Ein schwerer Tag mit mehr Trauer, als man verkraften kann. Und doch leuchtet die Sonne weiter. Obwohl es Juni ist, habe ich an Coleridge's Worte gedacht. Komm, komm du trüber Dezemberwind und puste die trockenen Blätter vom Baum. Der Refrain wiederholte sich im Rhythmus meines klopfenden Herzens, als wir Cordelia Crown zur Ruhe legten. Sie und ich hatten unsere Meinungsverschiedenheiten, unseren Kummer. Aber ihre Liebe und Hingabe zu Pixie kann ich nicht bestreiten. Sie hielt das Mädchen in den Armen, als sie weinte. So viel Schmerz für eine so kleine Person. Aber wir überstehen es. Anderes können wir nicht tun. Natürlich bleibt die Frage offen, warum Callum und meine Mutter zusammen in der Lodge waren. Was hatten sie miteinander zu tun? Dann wird sie Wahrheit vielleicht nie erfahren. Aber man kann darüber spekulieren. Geheimnisse erhalten die Toten im Gedächtnis. Bleiben lebendig, während wir verzweifelt versuchen, ihre Geheimnisse zu ergründen. Aber ich höre Pixie und ich muss mein süßes Mädchen trösten gehen. Nora. In liebevollem Gedenken an Storm am 18. Juni 1833, alte 51 Jahre, Cordelia. Gegangen, aber nicht vergessen. Grausam ist, das zarte Band zu brechen. Von Herzen, die die Liebe kennen. Unendlich schwer, die Worte dann zu sprechen. Wir müssen uns für immer trennen. Ach, Liebste, wir dich niederlegen. Friedlich in dem Grab geboren. Für Andenken und der Ehren wegen, bis wir dein himmlisch Anglitz schauen. 23. Juni 1833, tragischer Brand in der Lodge, zwei Tote. Die ruhige Sommernacht am Dienstag wurde durch ein tragisches Feuer in der Lodge je unterbrochen. Die Glocken läuteten, als das große Herrenhaus in Flammen aufging. Die Rogue Islands haben zwei ihrer geliebten Bürger verloren. Miss Cordelia Crown und Mr. Callum Campton. Constable Sprouse meint, dass möglicherweise ein Verbrechen vorliegt. Aber weitere Untersuchungen sind notwendig. Cordelia Crown und Mr. Callum Campton hielten sich offenbar gemeinsam im oberen Salon auf, als das Feuer ausbrach. Constable Sprouse weigerte sich zu sagen, ob die seit langem vermuteten Geschäfte von Mr. Callum Campton mit der Schmugglerbande im Zusammenhang mit seinen Ermittlungen stehen. Feuerwehrleute kämpften bis in die frühen Morgenstunden gegen die Flammen. Die majestätische Lodge wird unsere Küste nicht mehr schmücken, da ihre oberen Stockwerke stark beschädigt wurden. Und Miss Cordelia Crown, eine wahre Wohltäterin für die Rogue Islands, wird von allen Bürgern schmerzlich vermisst werden. Am heutigen Sonntag, dem 23. Juni, findet vormittags ein Gedenkgottesdienst für Miss Cordelia Crown statt. Hm, okay. Kann ich die andere Seite lesen? Nee, ne? Nee. Hm. Callum und Cordelia, was hatten die beiden nur? Die Möglichkeiten machen mich verrückt. Oder der Mangel daran. Mehr über ihren Tod rausfinden. Schmuckkisschen. Die 15.10.18.19. Das war bestimmt, Josh. Bestimmt. Für immer, das kommt mir ziemlich lang vor. Wird mich jemals jemand lieben? Für immer? Kann ich mir nicht vorstellen. Die sind immer so negativ eingestellt. Jetzt hier noch was nicht, ne? Nee. Der Reim des alten Seefahrers in sieben Teilen. Einen alten Seefahrer gibt's, der hält von dreien Eien an. Was will dein glühend Auge von mir? Glaub, graubertiger alter Mann. Macht Hochzeit doch der Bräutigam. Nah sind verwandt wir beide. Das Fest beginnt, versammelt sind die Gäste ringsum Freude. Er hält ihm mit der dürren Hand. War stattlich einst und groß. Ein Schiff. Lass los, du alter Narr. Strax ließt die Hand er los. Strax? Glückwunsch, Rava. Na also, da habt ihr es doch beide heute geschafft. Glückwunsch. Strax umgehend. Also im Kontext dachte ich das auch, aber war mir halt nicht sicher. Ich kann, das Wort habe ich noch nie gelesen. Schnur, Strax. Daher kommt das. Ha! Wieder was gelernt. Nie drüber nachgedacht. Nie drüber nachgedacht. Ha! Hm. Hm. Kompass, das Hagebuch, diese Haarlocke. Würde ich auch denken. Wie, Joker auch. Ja, Joker auch, Rafa. Yep. Oder die Nana von Vaters Seite. Denkbar. Klettern wir jetzt da hoch? Okay, I guess. Ähm. Ah. Entschuldigung. Nicht fallen. Oh, die drei Schwestern. Oh, hier wollte er das... Wollte er einen Brief... Hier wollte Scruff einen Brief... ...vergraben. Ich liebe dich, Tig. Du kennst das. Du und ich, wir sind beide Krieger. Also, du musst dich stärker sein, ohne mich. Du musst dich aufhören. Sicher, dass niemand in diese Sprache geht, ohne mich darüber zu wissen, okay? Es könnte sein Vater. Und ich könnte nicht hier sein. Und ich kann ihn nicht erinnern. Ich kann ihn nicht mit ihm sprechen, oder er könnte wieder zurückgehen. Aber wenn ich ihm sage, dass ich ihn liebe, wenn ich ihm sage, dass ich mich entschuldige, dann wird er bleiben. Ich weiß, dass er wird. Okay, Tig. Ich werde zurück nach Nacht, also, dass du nicht allein bist. Ich weiß, dass du Angst hast, im Dunkeln. Oh, oof. Ich weiß, dass du Angst hast, im Dunkeln. Kannst du nicht aufmachen. Schade. Drei Schwestern. Oh! Oh, Entschuldigung. Na? Na? Bring mich zum Ozean. Ich will mehr davon. Das Kribbeln der Furchen, die sich in meine Fingerspitzen drücken, bringt mich in eine andere Zeit zurück. Zurück zu ihr. Zu Mama? Oh, das ist interessant. Sie hat sich wirklich als ein wahrer Detektiv bezeichnet. 14. September 1831. Ich war heute wieder in Little Roach. Äh, Little Rogue. Wie ich es liebe, am Ufer entlang zu laufen. Ich habe drei wunderbare Muscheln gefunden, aber dieses Mal war ich geschäftlich dort. Gespräch mit Mr. Coxwell. Ich wollte mit Mr. Coxwell allein sprechen, also traf er sich mit mir in Little Rogue, in der Nähe von Lance Ant, wo uns niemand sehen konnte. Er versprach Mutter nicht zu sagen, dass ich unbeaufsichtigt kam. Notizen, die ich während meines Gesprächs gemacht habe. Erstens. Laut Mr. Coxwell hat mein Vater die Inseln geliebt und meine Mutter auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das nur sagt, damit ich mich wohler fühle. Zweitens. Er sagt, er wisse nicht, warum mein Vater gegangen sei, aber er deutet an, dass mein Vater vielleicht in etwas verwickelt war, in das er nicht hätte verwickelt sein sollen. Mehr wollte er nicht sagen. Ich werde weitere Nachforschungen anstellen müssen. Vielleicht eine Reise nach Dark Rogue? Dort gibt es Geschichten über alte Piraten und Schmugglerbanden. Drittens. Er sagt auch, dass mein Onkel meinen Vater viel besser kannte als jeder andere. Verstehe nicht, warum Onkel Callum dann nicht über meinen Vater sprechen will. Ist er traurig oder weiß er mehr, als er sagen will? Morgen fahre ich nach Dark Rogue. Mir egal, was Onkel Callum sagt. Wenn Dark Rogue kein Ort für eine Dame ist, hätte er mir die Pixie Dust nicht geben sollen. Ich bin eine Detektivin und es muss dort einen Hinweis geben. Also muss ich gehen. Ich muss nur sicherstellen, dass niemand sieht, wie ich in See steche. Sonst sagen sie es Mama. Oder Oma. Okay, ich wette, das ist Josh. Hundert. Oh. Ist ihr Vater Josh? Stimmt. Sie war offenbar entschlossen, bereit sich ins Ungewisse zu stürzen. Welch ein Mut. Ich verstehe die Faszination der Sümpfe und Strände, aber was hoffte sie zu finden? Doch nicht etwa ihren Vater. Unsinn. Tja, na, das ist ja wohl logisch. Sie hat gehofft, dass sie irgendwo ein Schiff sieht. Leicht. Die brauche ich auch. Ich habe immer das Gefühl, dass es etwas gibt, das ich sehen muss. Etwas weit in der Ferne, gerade außerhalb der Reichweite. Und auch hat das Mädchen gesucht. Moin, Carrie. Hallöchen. Josh. It's Tig. She loved that stuffed animal so much. I had a soft dog like that. I would hug it every night, needing its little head on my chest to fall asleep. I still have it on my boat. Habt ihr Josh gerade gehört? Der das kleine Stoff dir so geliebt. Vor allem auch wie er es gesagt hat. Das stimmt, der Vater. Ich liebe dich, Tig. Nichts wird sie runterkriegen. I used to draw maps like these. Of imaginary worlds with fairies and mermaids. Why did you stop? I had to grow up. Blackbell, Horses, Sheep, Lighthouse, Mom, Cave, Nana. Die Lodge, ne? Kann das sein, dass dort die Lodge ist? Erforsche, schwarze Glocke. Wo steht der Forscher? Wo steht denn der Forscher? Oma, Pferde, Schafe, Leuchtturm, Mama, meine Höhle. Ach, meine Höhle. Ach, my, my cave. Natürlich. Okay, wir müssen definitiv auf die anderen Inseln. Frage mich, haben sich diese Inseln sehr verändert, seit sie diese Karte gezeichnet hat? Sie hat Dark Rogue nicht eingezeichnet. Wie, sie hat Dark Rogue nicht eingezeichnet? Ich dachte, das ist da, wo Black Bell ist. Nicht? She remains me of you. She's nothing like me. Der Böse. Die Dose. Von Scraff, bestimmt, ne? Ja. 1st of July, 1941. My sweet Elphins. Today I found a letter from a young girl called Pixie, whose father left the islands many years ago. She's filled with longing and searches for him continuously. How her story broke my heart. Have I caused you, my daughters, such immense sorrow? Am I the cause for tears? I, too, sailed away and left you behind. Know that leaving you was the hardest thing I've ever done. Know that my love for you is the one thing that keeps me strong. Mom, there's nothing I can say to make it right. I just hope you forgive me. And in truth, I hope you've forgotten me. So that I do not bring you such sorrow. Your loving father. I don't believe this guy. He's a man with regrets. Unable to fix his mistakes. You like him? I get him. Hmm. Flasher. Ich meine, hier steht eine Glasflasche und ich kann nicht mit der... Also, ich meine... Oh, warte, hier sind noch mehr. Auf dem Boden, oder? Nein, vielleicht auch nicht. Hm. Ich hatte eine ziemlich coole Höhle. Kind, hätte ich auch gern so eine Höhle gehabt. Ich habe nur, warum sie immer nach Kumpelkauern hat. Ich meine, ich verstehe nicht, warum sie immer nachfahend auf ihr. Weil sie相信 in ihn. Soll ich überhaupt nicht in das Alles? Was sagt ihr überhaupt nicht? Ja, mit deinem Herz? Ich glaube in Santa Claus. Und er ist einfach nie gekommen, wenn meine Mutter behinde. Ich habe das. Sie sind sie! Was ist sie? Ich sah sie über die Beach. Warum? Ich sah sie über die Beach. Ein Sturm hat mich hergetrieben, das sind wunderschöne Strände, du hast mich beobachtet, herumhüpfen. Okay. Haps noch ein Buss. Nora, Pixie, Cordelia. Oh, ich will alles fragen. One word of advice. Don't trust that ghost of yours. I used to know everybody here. And I've never heard of him. Goodbye. Move! Also ich traue ihr weniger als Josh. Ich mag Josh. Irgendwie. Also glaube ich. Ähm. Ja, hallo? Ach, wir sind auf der anderen... Ah! Wir sind auf der anderen Seite. Alles klar. Äh. Wieso geistert die Lehrerin rum? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben im Briefkasten gepinkelt. Ja, das ist eine gute Frage. Buy a boat. Ah. Ist eine gute Idee. Aber wir bräuchten erst mal eins, was ganz ist. Weil unseres ist ja mehr oder weniger ganz, oder? Ist mehr oder weniger ganz schon, ne? Da hinten. Da hinten. Moment. Ah! Hab ich's richtig gesehen. Ich bin jetzt sicher. Aber ich fühle mich, wenn ich so sage. Aber ich fühle mich, dass ich ein rotes Rekord verdone. Saying and doing the same things over and over again If only I could lift the needle and play a different tune I'd love to dance to this song where I was home with you And never set out for war to begin with I'm tired And want to leave here and finally come home I keep trying to help Josh but there are no answers Nothing makes sense, none of it I wish I'd never gone to the lodge I must make this one short I promised Carrie I would be by for dinner I don't know why she puts up with me But I'd be lost without her Love you I wish I could see your faces once again Your father He'd been to the lodge And you want to go too? Yes, to go see what he saw If you stop and think for a minute You'd see it makes sense Wir nehmen aber nicht das Ding, oder? Offensichtlich nicht Mal gucken wir uns jetzt das Gebäude an, was wir am Anfang gesehen haben Das Einzige, was so einigermaßen noch zusammenhaltend ist hier Ja Kommen wir nicht rein Oh Hey Sakura Mit Teilbericht Callum Compton I remember him He was up on Scruff's Investigation Wall Moin, du hast schon da County Code RI Rep Code 238 Ref Number Ref Illegale Destillation hochprozentiger Spirituosen Datum 1. Oktober 1817 Beschuldigter Callum Compton Opfer nicht zutreffen Zeugen Special Constable Dylan Browse Zugriffsstatus geschlossen Zugehöriger Eintrag Beschreibung Gestern habe ich Mr. Compton Wegen illegaler Destillation von hochprozentigem Brandwein verhaftet Vor dieser Verhaftung fing der Destillierapparat von Mr. Compton jedoch Feuer Und die kleine Hütte, die für die besagte illegale Tätigkeit genutzt wurde, verbrannte zur Asche Strafe Herr Compton wurde vor Gericht gestellt, kam aber lediglich mit einer Verwarnung davon, Da es keinen Alkohol gab, der die Schwere der Anklage hätte belegen können Illegaler Wilderei-Versuch Datum 14. Juni 1814 Beschuldigter Callum Compton Zeuge John Griffith Griffiths Begriffsstatus geschlossen Zugehöriger Eintrag entfällt Beschreibung Der Angeklagte wurde der illegalen Wilderei auf dem Grundstück der Familie Griffiths für schuldig befunden Strafe Auf Antrag von Mr. Griffiths wurde Mr. Compton ohne Anklagerhebung freigelassen Unter der Bedingung, dass er verspricht, in Zukunft nicht mehr in diesem Gebiet zu wildern Griffiths war bereit, zu Ehren von Comptons Mutter und ihrem Freund, die beim Wildern zugunsten ihrer Söhne ums Leben kamen, Gnade walten zu lassen Okay Hallo Junior Arnie Betrefft Diebstahl von Tabak Datum 13. November 1815 Jedes Jahr Beschuldigter Callum Compton Opfer Thomas Baker Zeuge Thomas Baker Beschreibung Der Angeklagte wurde auf frischer Tat ertappt, als er versuchte, einen Beutel Tabak aus Mr. Baker zu schützen Bakers Lebensmittelladen zu stehlen Strafe Der Angeklagte wurde zur Zahlung einer Geldstrafe von 12 Pens an Mr. Baker verurteilt Da der Angeklagte nicht über dieses Geld verfügte, einigten sich beide Parteien auf eine monatliche Zahlung von 2 Pens Bei der Reize rückens näherer Söhne kann man doppelt verstehen Also Compton hat da offensichtlich ernsthaft so Geldprobleme Und hat offensichtlich immer wieder gebaut Kneipenschlägerei in der Schwarzen Glocke 6. März 1813 Beschuldigter Callum Compton Opfer Henry Glynch Jr Zeuge Henry Glynch Sr Thaddeus Cook Beschreibung Der Angeklagte wurde für schuldig befunden, sich mit dem Opfer wegen eines Würfelspiels geprügelt zu haben Während des Spiels beschuldigte Mr. Compton Mr. Glynch Jr. des Betrugs Es konnte jedoch nicht nachgewiesen werden, dass der Herr Glynch Jr. betrogen hatte Denn sein Vater, Herr Henry Glynch Sr. war Zeuge des gesamten Spiels Laut seinem Vater war es Mr. Compton selbst gewesen, der betrogen hatte Als Mr. Compton erkannte, dass es für ihn keine Möglichkeit gab, das Spiel zu gewinnen Die Aussage von Mr. Glynch Sr. wurde von Mr. Thaddeus Cook, dem Besitzer der Schwarzen Glocke, bestätigt Aber von Mr. Compton wurde zu zwei Wochen Gartenarbeit im Dienst mit der Familie Glynch verurteilt Schlägerei in der Ladebucht 4, 24. März 1813 Callum Compton Opfer Clifford Watson Zeugen Horatio Morris Charles Edwards Byron Cooper Beschreibung Heute kam es in den Docks zu einer heftigen Schlägerei Nachdem Mr. Compton der Zugang zum Entladen der Ladung von Mr. Watsons Fischkutter, der Nimrod, verweigert worden war Mr. Watson behauptete, Mr. Compton steckte Stecke mit Mr. Reginald Shaw, dem Käpt'n des konkurrierenden Kuttus der Flying Spur Unter einer Decke Mr. Watson beschuldigte Mr. Compton die Abfahrt der Nimrod mehrfach absichtlich sabotiert und dadurch verzögert zu haben Der Grund für die Sabotage war laut Mr. Watson, dass Mr. Shaw vor Mr. Watson die reichsten Fischgründe der Brokes vor der Küste erreichen wollte Zeugen beschrieben vor allem Comptons wütendes Auftreten und nannten ihn eine wilde Bestie, die zum Wohle aller in Ketten gelegt werden sollte Strafe Ernst Compton wurde der Zugang zu den Docks für einen Monat und der Zugang zu Nimrod dauerhaft untersagt Klar, weil Verwandte so zuverlässige Zeugen sind, ja Ja Insgesamt finde ich Abergut als Erientäter immer gut davon, oder täusche ich mich? Ja, durchaus Das fällt schon auf, ne Der wird nie weggeknastet, oder so Mmmh Callum Compton, ein gutes Herz, wurde eiskalt Da sind die Flaschen Whisky Alle haben so Whisky gebrannt Ah, Archie Was haben wir denn hier? Öffentliche Trunkenheit 13. Dezember 1820 Archie Machtmeister Wilford ist Zeuge Beschreibung Als Miss Bethelbert berichtete, sie habe gesehen, wie Mr. O'Sullivan in stark alkoholisiertem Zustand in der Stillwater Cove herumstolperte Sie berichtete mir dies mehr aus Sorge als aus Ärger Sie bestand darauf, dass ich dies in meinem Bericht erwähne Als ich mich auf die Suche nach Mr. O'Sullivan machte, lag er weggetreten in seinem Boot Strafe Herr O'Sullivan wurde ohne Anklage freigelassen Und erneut Krunkenheit im öffentlichen Raum, in der schwarzen Glocke 16. Februar 1821 Herr Archie Wild O'Sullivan, alias Archie Zeuge Thaddeus Cook Beschreibung Mr. O'Sullivan wurde heute aus der schwarzen Glocke geworfen, weil er zu betrunken war und die Gäste zu belästigen begann Strafe Herr O'Sullivan wird der Zugang zur schwarzen Glocke bis auf weiteres verwehrt Heute, am 29. Januar 1826, habe ich den Leichnam des Verstorbenen, Herrn Archie Wild O'Sullivan, auch Archie genannt, in meine Obhut genommen Der Verstorbene war 58 Jahre alt Als Todesursache wurde der Tod durch Alkoholvergiftung festgestellt Der Verstorbene wurde in Stillwater Cove in der Nähe seines Bootes treibend aufgefunden Ich habe keine Anzeichen eines Kampfes Ach Mann Meldender Beamter Special Constable Dinan Sprouse Aussichtsführender Beamter Constable Oliver Wilford Vorfall Feuer auf Little Rogue Datum 19. Juni 1833 Ein Feuer zerstörte die Lodge, das Anwesen der Familie Crown, das sich in Little Rogue befindet Zwei Personen kamen bei dem Feuer ums Leben Miss Cordelia Crown und Mr. Callum Compton Beide Leichen wurden im oberen Salon gefunden Es ist unklar, was Mr. Compton in den Räumlichkeiten zu suchen hatte Eine Untersuchung ergab keine stichhaltige Ursache für den Brand, was auf Brandstiftung schließen lässt Dafür spricht auch die Tatsache, dass die Tür des oberen Salons von außen versperrt war Weitere Ermittlungen sind erforderlich Derzeit ist der einzige Verdächtige Mr. Cook Da er und Mr. Compton eine lange Vorgeschichte Gewalttätige Auseinandersetzung haben Alter Wer hat die Lodge im Brand gesetzt? Die Antwort lag noch nie auf dem Grund einer Flasche Archie Ich kannte Menschen wie dich Der Alkohol ist ein wahrer Dämon Es war so schlimm, so furchtbar Dass du es nicht vergessen konntest Gute Frage Ein bisschen Knüppel mitnehmen Mir fällt, dass ich mich noch gegen den Geist verteidigen muss Gegen Beatrice Ha Ha Von Constable Sprouse Da Constable Wilford kein Interesse daran zeigt Eine Untersuchung der Schmuggelaktivitäten einzuleiten Habe ich es auf mich genommen, dies zu tun Mein Verdacht begann, als ich die gleichen Flaschentypen auftauchen sah Diese Flaschen stammen aus keinem Geschäft, das sich auf den Rogues befindet Der Inhalt dieser Flaschen war immer derselbe hochprozentige Schnaps Der angeblich legal vom Festland importiert wurde Aber ich habe keinen Beweis dafür gefunden Mein erstes Ziel ist es den Ausgangspunkt für die Einfuhr auf dieser Insel zu finden Aufgrund der vielen Felsvorsprünge unter Wasser Die die Annäherung von Fischen, äh Schiffen, Entschuldigung, unmöglich machen Gibt es nicht viele gute Anfahrtsmöglichkeiten Die Docks sind eine denkbare Variante Aber es wäre zu einfach dort die Schmuggelware zu entdecken Eine andere Möglichkeit wäre die Halbinsel vor der Dark Rogue Allerdings ist die gesamte Halbinsel von messerscharfen Felsen umgeben Die aus der Bucht herausragen Und jede Landung von großen Schiffen zu einem Himmelfahrtskommando machen Es gibt auch einen kleinen Durchgang, der tiefer in die Insel hineinführt Aber er ist viel zu eng, um einem Schmugglerschiff Zugang zu gewähren 19. Oktober 1818 Endlich hatte ich die Zeit für einen Besuch in Dark Rogue Ich unterhielt mich mit Thaddeus Cook, dem Besitzer der einzigen Taverne von Dark Rogue Schwarze Glocke Obwohl Mr. Cook jede Beteiligung an derartigen Aktivitäten bestritt Konnte ich nicht umhin, etwas an seinem Verhalten zu entdecken Für einen Mann, der von der Polizei verhört wird Wirkte er auf mich übermütig, ja sogar dreist Anstiftung, Raupe Wo warst du? Wieso ich? Ich, ich, ich Ich war da noch nicht am Leben Hä? Er hat sich nicht gerührt Sprouse hatte das Gefühl, dass er seine Ermittlungen im Geheimen durchführen musste Gab es jemanden, der mächtig genug war, ihn zu stoppen? Immerhin war er Polizist Mal ehrlich, Sprouse war nicht unverzichtbar Jemand anderes schon Ausreden, Raupe Hey, Jeffro Er hat mich Schatz genannt Warum hat er uns Schatz genannt? Warum hat er uns Honey genannt? Wie praktisch, dass das jetzt hier runter geht Dann können wir nämlich mit unserem Schiff Auf die anderen Insel fahren Hast du ein Alibi, dass du noch nicht gelebt hast Josh weiß selber nicht, was ihm passiert ist Nein Nein, weiß er nicht Ja, ist richtig Ich hab's ihm nicht verboten Thank you Josh, ist es? Ja, Miss Krein You grew up here You grew up here On the islands Oh yes, Miss Krein We've been here for generations That sounds lovely I think the islands are the most beautiful place I've ever seen Me too Of course, I've seen nowhere else But in truth, I've never wanted to Oh, there is a blessing in this gentle breeze That blows from the green fields and from the clouds You have a way with words, Miss Krein Oh, Wordsworth definitely does He goes on And from the sky It beats against my cheek Better be careful, Miss Krein These waves have a mind of their own Yes I can see why you remain here, Josh Ich hab's doch gesagt Und I think you took her to Little Rogue Let's go find this lodge On Little Rogue Wir hätten ja auch sagen können, du warst ihr Diener Uff Ich wette, der ist der Vater Von Pixie 100 Pro Sag's doch Die, 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 die Mutter von Nora Wo ich schon sah Cordelia Crown Cordelia Crown und Kempton sind in dem In der Lodge gestorben, bei dem Brand Das ist Nora Das ist die Tochter Und Pixie ist ihre Tochter Ne, also wir haben Oma, Mutter, Kind Dazu sagen So Jetzt ab zu unserem Schiff Und jetzt fahren wir da rüber Mit der Gloria So Okay, jetzt nach Little Rogue Hoffentlich kommt nicht wieder ein Sturm auf Oh, alles klar Es kommt ein Ladescreen auf Uh Hey, Baldo Hübsche Anlegestelle haben die Also Anlegehäuschen Wie gut und safe wir hier reingefahren sind Hast du das gesehen, wie toll wir das gemacht haben? Wir haben es voll drauf Bootshaus, genau Bootshaus Danke Der Autopilot gewesen sein I'm so excited Can you see the Lodge yet? It's tucked away Up on the hill Alright Let's rock and roll That's a weird thing to say I know, but let's go Let's go It's rock and roll Okay Okay, hier geht's hoch Da gar nicht Können wir erst mal Für unten gucken It's up there The Lodge, I mean We can't get to the stairs Don't need to There's a servant's passageway Those stairs were for the crowns only Natürlich Natürlich Okay Okay Der Lodge! Wow! Mago war hier I can barely remember what they taste like Gosh, a drink of any kind would be heaven right now To make my brain stop for just like a minute To make me feel normal, because you never shut it Thank you I should go back to the Lodge Go through those ledges again There's got to be something in there That tart Cordelia, she was hiding something Ah, so much for shutting it No, I don't like her, and neither did you Are you sure she doesn't have some brandy hidden away? Or some of that whiskey you keep talking about? Oh, that's a good idea Thanks Is there anyone who does like Cordelia Cron? You don't say But the point is that this was Archie's place The gardener Moment Das ist... Hä? Wait, what? Oh, Strauchy Und ja, Ocean's A Ja, ja, selbe Entwickler Ja, genau Der Gärtner hat im Bootshaus gewohnt, vermutlich Weil In der Lodge wird er ja nicht gewohnt haben Und im Pravion vermutlich auch nicht Das heißt Ja, hier drin Ah, hinter uns Wo wir den Schlüssel noch brauchen Wir müssen den Schlüssel finden Okay Oh, noch mehr davon Ah, ah Rudelig Ein bisschen So, this was a servant's trail Yes, that's where we walked The Lodge and everything else up there That was their world And this was your world The life of a servant I took Nora in that boat Doesn't mean I was their servant Na, aber wenn du hier unten lang gelaufen bist, dann Natürlich Der Gärtner was Nya Also ich bin mir ziemlich sicher, Cordelia würde das nicht gut heißen, wenn ihre Tochter sich mit einem Diener einlässt Und dann hat möglicherweise Cordelia Compton, Compton, den Onkel angeheuert Damit der dafür sorgt, dass Josh verschwindet Die Frage ist Ja, und dann kommt die entscheidende Frage Wer hat das Haus im Brang gesteckt? Schon sah was mit dem Kerzenleuchter in der Bibliothek Unfassbar geil aus Oh, wo war's? Ich war's nicht Ich war das nicht Ich hab gar nichts gemacht, ich war da noch nicht am Leben Ich habe so eine ähnliche Atmosphäre hier Ich fühle mich nicht? Ich fühle mich nicht Ich hab's vergessen, du liebst jeden Beach, den du siehst Was kann ich sagen? Die Wälder müssen ein Spell über mich Eerie, ich sage Especially das Wasser da unten Ich mag dieses Ort ein bisschen Genau Pass auf dich auf Keine Sorge Oh oh Da unten, da unten Möglichst sehenlos Könnte Nora gewesen sein Könnte Josh gewesen sein Ein Freund von Josh gewesen sein Könnte jemand ganz anders gewesen sein Ja 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 Ich war da noch nicht am Leben. Zieht nicht, Raupe. Echt war es der Blitz? Und der Blitz hat von außen den Salon abgeschlossen, damit die da definitiv nicht rauskommen. Ah. Ah. Nee, Beatrice. Beatrice? Oh. Hello, Riley. That is your name, if I remember correctly. Yes, that's my name. Did you get rid of that ghost of yours yet? No. He's stubborn that way. Shh, not now. Talking to Beatrice. I see you found your way to Little Rogue. Yes. I really want to find the lodge. That's very clever. You will find answers there. Can I ask you something personal? By all means. Are you expecting anyone? Don't be ridiculous, girl. You keep trying to see beyond the horizon. Why are you still here? I used to come to this beach a lot. With my father, I think. Then he went up to the boathouse to talk to Archie. For hours. If they had enough whiskey to accompany them. Why are you still on the rogue islands, Beatrice? I don't want to leave. I have lost so many. I still... miss the ones I loved most. And the ones that hurt me the worst. I cannot leave them. They're all gone, Beatrice. They've all been gone for so long. I forgot their names. And yet you do not want to go. I do not. You never know. They might come back. You may leave me now. I will find you again. Natürlich wirst du das. And she's gone. Why does she keep doing that? And she's gone. Ich hätte auch fragen können, warum sie Josh nicht traut. Aber ich dachte mir, das ist mir eigentlich egal. Sasu könnte es auch gewesen sein. Oder Strauchy, das stimmt ja. Ah, Strauchy wollte direkt die Schuld auf Sasu schieben. Das ist verdächtig. Strauchy war's. Oh. Wandmalerei. Was? Was? The girl who hung about on the islands. She felt lost to me. Hmm. Oh. Hey, diary. Margo. Today is not a good day. It's a sad day. There's so much death here. There's so much death here. And so many tears. I can feel them all. Josh told me about this cave. Josh told me about this cave. A legend. About silkies coming on shore and hiding their skins here. Then they dance on the beach over there. Then they dance on the beach over there. I've done that. I love dancing, especially on the beach. Or at the fun tree. How I wish I could put on my seal skin and glide into the ocean. Sink beneath the waves and let the cold salt water wash away his voice. And that sadness. Such sadness. I can't breathe. I can't breathe. Josh, please. Just let me go. Just let me go. I... I don't know what to... Don't say anything. Bletchies sind Wesen aus der schottischen Mythologie. In Orkney-Inseln und Nordschottland erzählt man sich Geschichten von Robben, die an Land kommen und sich in Menschen verwandeln, indem sie ihr Fell ablegen. Sie verstecken ihr Fell und gehen als Menschen umher. Ja, sieht man hier gut. Na, da. Robbe. Robbe kommt an Land. Robbe streift Fell ab. Robbe ist Mensch. Okay. Robben-Striptease. Quasi. Oh. Das ist der Baum der Freude, ja? Stimmt. Wird das jetzt freudig. Ganz klar. Das ist Trash, oder? Ja. Das ist Trash. 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 nice of you to say so. And I'm glad, too. Punished? I'm stuck. Once again, I can't make my own choices. Die Raupe, wenn sie sich in den Schmetterling verweinelt. Ist ja wohl nicht passiert. Ach, Schmetterking. Schmetterking, ja. Man kennt's. Oh. Und jetzt hoch zur Lodge, ja. Und vorsichtig. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist unser nächstes Mal? Wir gehen für das große Haus, richtig? Ja. Aber was ist die Sache mit Archie? Archie hat eine Sache? Du hörst nichts, wie Beatrice gesagt hat? Er war eine Freundin mit einem Vater. Das stimmt. Sie haben ihre Whiske auf dem kleinen Patei. And don't you think it's strange that she's still hovering around here so am I yes and we're trying to fix that you want to explore why she's stuck I do you can't save us all dear maybe I'm just trying to save myself mexican wrestler the shmatterkin so einfach hier zu laufen Wir wissen nicht, wer Beatrice Vater war, oder? Wissen wir nicht. Ich bin ein Oh, das ist schön, ne? Hm. Man, ich wüsste, dass hier irgendwas total Furchtbares und Schreckliches passiert ist, ne? Könnte man es echt genießen. Ja. Ja, ist ja gut, Josh. Ich guck mich doch bloß um, Mann. Ist ja auch gleich so. Krasse Statue. Nimm ich großer Kopf. Hm. Wird er hochklettern können? Man könnte natürlich aber auch durch den... Ach, was soll's. Yay! Ich meine, die Tür stand offen, aber... Hey! Uah! Was denn? The captain braved the dark waters of the Seven Seas. Oh, what's that? That's the baby. What is she doing in there? Fluttering around like a pixie. She's putting up a fight, that's what. She's fighting off sea monsters in there. I don't have sea monsters in there. Our girl's braving the deep, dark waters. You don't know it's a girl? I do, too. Fierce as a tiger, Captain Pixie will sail the Seven Seas. Swoosh! She'll brave storms. Slay sea monsters. Oh, you idiot. Oh, no. Mother. Quick. The window. I'll be back tomorrow. I'm your father. Hi. It can't be true. I'm the bastard that abandoned them. It's not true. It can't be. And I'm going to prove it. Nein! Was? Ich werde das kommen sehen. Shells of the Sea. She loved every little thing about the rogues. She'd be out on the beach, not buzzing for unusual shells. Or rocks and bright colors. Ja, je. Wie hat Nora ihrer Mutter erklärt, von wem sie schwanger ist? Naja, das ist ja erstmal... Weiß ich. Vielleicht hat sie es auch einfach unfassbar gut versteckt. Das Muschel 1x1 der Küsten der nördlichen Länder. Mit Abbildungen, Beschreibung zur Identifizierung von mehr als 500 Muscheln. Weißt du? Ganz weite Kleider getragen und so. War der heilige Geist. Ja. Her Journal. Let's see what she wrote about you. Göttliche Eingebung, ja. 15. Oktober 1820. Der Herbst ist endlich wieder da. Ist für mich die schönste Zeit des Jahres. Ich würde stundenlang in diesem erdigen süßen Wind tanzen und die braunen und roten Blätter um mich herumwirbeln lassen. Mutter will das natürlich nicht. Aber das Leben auf den Inseln ist wie ein Traum. Es gibt so viele wunderbare Dinge zu entdecken. Die unzähligen Schätze am Strand. Der Anblick der bunten Schiffe, die anlegen. Die Sonne, die in den frühen Morgenstunden unter den Wellen hervorlugt. Dinge, die ich nur aus meinen Märchenbüchern kannte. Dieser Ort ist so anders als das Festland. Hier kann ich mich wirklich zu Hause fühlen. Apropos zu Hause. Unser Haus am Strand ist fast fertig. Josh hat wirklich hart und lange gearbeitet. Schon bald wird er nicht mehr durch mein Schlafzimmerfenster klettern müssen. Das wird eine Erlösung sein. Ich weiß nicht, wie lange wir Mutter noch etwas vormachen können. Sie lässt sich selten etwas vormachen. Also muss sie es wissen. Ich bin erstaunt, dass sie ihn nicht wieder aus genau diesem Fenster gestoßen hat. Ich bin sicher, das würde sie gerne tun. Nur noch ein paar Wochen. Dann können wir aufbrechen und den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen. Nora. Ja, nun. Das Schlafzimmer. Sie blieben stark. Obwohl Cordelia nicht damit einverstanden war, ging sie ihren Weg weiter. Sie verließ ihre Mutter und wurde die, die sie sein wollte. Ich denke, das habe ich auch getan. Dass ich meine Wahrheit annehme. Ein Puppenhaul. Das ist das Versprechen, das er ihnen gegeben hat. Josh hätte nie einen Rückzieher gemacht. Er wollte ihr ein Vater sein. Ich habe eine Vermutung. Was wolltest du mit diesem? Eine Skull, die nichts tun wird. Nein, aber es ist faszinierend. Wie eine Exploration von Leben. Oder Tod. Okay. Hier, Schädel. Ich kann verstehen, warum es dir da draußen so gut gefallen hat. Obwohl es jetzt Frühling ist, stelle ich mir vor, wie diese Gegend mit einem Schleier aus Schnee bedeckt ist. Ich kann mir vorstellen, wie die schlammverschmierten Stiefel in der Eingangshalle ausgezogen werden. Ich sehe, wie die Klippen die Küsten vor zerstörerischen Winden schützen. Sie wollte nichts mehr als ein Haus für die drei von uns. Ich habe ihr ein Haus gebaut. Linden Breeze auf Big Rogue. Das Haus ist überall dort, wo ich mit dir zusammen bin. Keine Angst, daran zu glauben. Obwohl es mich schaudert, wenn ich daran denke, dass sie niemals das Glück finden wird, von dem sie dachte, sie es bekommen würde. Ich bewundere ihre Stärke. Ihre Zuversicht. Hey Dingsbums. Ich muss langsam los. Ich will nicht. Aber ich muss. Das ist Cordelia. 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 Ja, aber möglicherweise hat sie ihn gefunden und ihn dann weggeschickt. Vielleicht ja so rum. Mal abwarten. Das ist ein Seer, Freilie. Das ist lockt. Snap out of it, Josh. I'm only trying to help you. Ne? Look. She wrote to Pixie. Your daughter. My daughter. Ich glaube, Cordelia wusste etwas über dich. Meine allersüßeste, mit großer Trauer verbunden, hat sie durchgeschrichen. Ich schreibe diesen Brief mit einem aufgewühlten Herz. Die Worte fallen mir nicht leichter, aber ich muss sie trotzdem sagen. Es ist an der Zeit, dass du erfährst, verstehst, du siehst, dass du erfährst. Ich will, möchte, dass du die Wahrheit über das unselige Verschwinden deines Vaters erfährst. Weißt, was passiert, sorgt, plagt mich sehr und das habe immer, werde immer bedauern, was ich. Wie sagt man seiner Enkelin, dass ihr Vater nie wieder zurückkommen wird und dass sie aufhören soll zu suchen? Das Verschwinden deines Vaters. Was hat sie wusste? Welches Geheimnis hat sie nicht verraten? Hätte die den Brief nicht mal zu Ende schreiben können? Mann! Entschuldigung. Gibt's doch nicht. Was ist das? Grimms Fairy Day. Grimms Märchen. Oh. Liebster Papa. Die Leute sagen, du kommst nicht mehr nach Hause. Aber ich glaube ihnen nicht. Mama sagt, wir müssen uns mit dem abfinden, dass du weg bist. Aber sie ist jeden Tag auf der Klippe und schaut nach dir. Ich habe Tick auf Wache gestellt. Er wacht am Ufer, während ich bei Frau Jessup bin. Damit wird ich nicht verpassen. Tick und ich halten jeden Tag und jede Nacht nach dir Ausschau. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum du fortgehen musstest. Ich weiß nicht, warum du fortgehen musstest. Ich habe Angst, dass du meinetwegen gegangen bist. Mama sagt, es sei nicht so, aber ich glaube, ich war es. Wenn du nach Hause kommst, werde ich das allerbeste Mädchen der Welt sein. Mama tut so, als ob sie glücklich wäre, aber ich weiß, dass sie traurig um dich ist, Papa. Bitte komm nach Hause. Ich könnte dir vorlesen und dir all die schönen Sachen zeigen, die ich auf unserer Insel gefunden habe. Tick und ich werden am Ufer warten, Papa. Ich vermisse dich sehr. In Liebe, Pixie. Ropa. Nun gucke mal da. Oh, WB, einen wunderschönen guten Tag, aber ihr kommt quasi zu meinem Ich-Ich. Vielleicht willst du noch umhosten. Das ist super lieb. Hallo und herzlich willkommen. Wir spielen hier gerade Ghost on the Shore, ein emotionales Adventure, aber ich muss gleich Feierabend machen. Ich muss tatsächlich gleich Feierabend machen. Es tut mir super leid. Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht noch jemand anderen suchen möchtest. Hallo Widas, hallo Dragonblade. Hallo Gliederrandor, hallo Kautzer, hallo Whistgamer. Hallo Swap. Und danke für die Follows. Ich danke euch. Cordillias Arbeitszimmer. Allein die Vorstellung, dass man jemanden liebt, der das nicht erwidert. Ich bin froh, dass sie von so vielen umgeben war, die sie schätzten. Das Mädchen hatte keine Angst. Oh je. Oh je. Tut mir leid, WB. Irinia, hallöchen. Tut mir so leid. Ein Begemmen-Tüppel. Du wirst dich aber erinnern müssen, mein Freund. Pixi hat ihre Welt zum Leuchten gebracht. Das war sicher so. Sie liebte ihr Enkelkind. So viel ist klar. Kupritsch, danke für das Zwangsverflauschen von WB. WB ist damit im sechsten Monat im Kokon, bekommt Strom in die Gummizelle, Steckdosen und einen Kühlschrank. Der hat sich automatisch mit einem Lieblingskalkgetränk befüllt. Danke, Kupritsch. Toastalüchen. So. Oh, ich muss echt los. Ich muss aufhören. Ah. Komm sonst zu spät. Ich würde das gern lesen. Ich würde das gern lesen. Wieso kann ich das nicht lesen? Da steht auch Compton immer wieder drauf. Guck mal hier, Compton. Josh. Wade. Josh war der Sohn von Callum. Da steht Josh. Compton. Oh Mann. Oh. Oh, so ein Mist. Jetzt müssen wir echt... Oh. Doch der nicht mit Nora, die waren Halbgeschwister. Einzel? Boah. Das wär aber... Das wär... Oh. Sie saßen zusammen fest auf der Insel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, du wolltest los. Ja, Cordelia war niemand, der plötzlich Veränderungen vornimmt. Sie vertraute nur sich selbst. Wie hielt ihre Geheimnisse für sich? 180121. Ist ja gut. Mann. Verflucht. Das ist doch blöd. Oh Mann, oh. Danke nochmal für den Raid, Bibi. Aber ich muss leider, es tut mir echt leid. Ich komme sonst echt zu spät. Ich komme sonst zu spät. Oder es geht gar nicht. Man lässt seine Eltern nicht warten. Das macht man nicht. Das heißt, ich gucke jetzt schnell, wo ich euch hinschicke. Und wir spielen morgen sofort weiter. Ich will unbedingt wissen, wie das ausgeht. Und jetzt schicke ich euch zu den Bibern. Oh, wenn ich schon mal die Chance habe, euch zu den Bibern zu schicken. Ich sehe da Mock. Dann schicke ich euch zu den Bibern. Das habe ich so selten. Tatsächlich. Das heißt, da schicke ich euch heute mal hin. Fabi hätte ich auch gerne gemacht. Aber Fabi erwische ich häufiger. Bei den Bibern ist das tatsächlich selten. Dass ich Feierabend mache, wenn die Biber streamen. Meine Lieben, es war mir eine Freude. Das ist ein unglaublich tolles Spiel. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich auf morgen. Ich mag eigentlich gar nicht aufhören. Die Zuschauerzahl ist aber auch gerade krank. Der kam dann da von WB, der kam aber richtig viel. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Wenn ihr mögt, morgen einschalten. Heute bin ich mal ausnahmsweise an einem... Was? Nee, Mocker kommt gerade. Was? Wie Mocker kommt gerade? Wie meinen? Mocker hört jetzt nicht auf, oder? Nee, ich dachte schon. Ähm, ja. Äh, 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 ja. Was habe ich gesagt? Danke fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Ähm, ich habe noch einen fantastischen Samstag. Wann bist du morgen da? Ich denke so gegen elf. Elf Uhr. Morgen ist ja... Was ist morgen? Sonntag, ne? Oh, wir können morgen zwei Streams machen. Oh, wir können morgen... Wir können morgen zwei Streams machen. Das wird toll, denke ich. Das machen wir bestimmt. Denke ich. Ich wünsche euch einen, äh, schönen Rest am Tag. Danke fürs Einschalten. Bis morgen. Bye, bye. мер